einen wunderschönen guten tag und willkommen bei einem neuen gothic 2 mod projekt wir spielen das korsaren ist eine mod vom odyssey mod team aus dem jahre 2012 also erwarten wir alle eine fantastische sprachausgabe ja und das ist wohl eine art vorgeschichte nebengeschichte zu odyssey da freuen wir uns ja auch alle drauf wenn ihr die mod auch spielen wollt sie ist in der beschreibung verlinkt alle zusätzlichen mods sind auch in der beschreibung verlinkt und hallo leute schön dass ihr am start seid ich würde sagen wir starten jetzt ein neues spiel und ich habe eben nämlich schon kurz getestet weil ich habe ja auch ein thumbnail gemacht und so das video ist ein bisschen klein aber ich krieg es nicht größer ich habe noch ein paar indie einstellungen ausprobiert ich krieg es einfach nicht größer naja let's go tamora stützpunkt der verdammten paladine könig oberstes zweiten wir waren schon länger hier die letzten drei gefangenen dieser burg bereit für den abtransport in die minenkolonie von corinnes doch wir wussten bei weitem besseres mit unserem leben anzufangen als für den könig zu schuften wir wussten wir hatten unsere letzte nacht vor uns in dieser nacht entschlossen wir uns zu fliehen wir kommen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mein Name ist Mendoza Ihr habt bestimmt schon von mir gehört Ich nehme euch mit auf unsere Insel Könnte sein, dass ich euch noch gut gebrauchen kann Natürlich kannte ich Mendoza, den gefürchteten Corsaren-Kapitän, der mit den Orks und den Assassinen-Varant Geschäfte machte Wohl war mir nicht in meiner Haut, da ich gehört hatte, dass Mendoza ein ziemlich skrupelloser Typ war Aber egal, nun waren wir unterwegs zu seiner Insel Was uns dort erwarten wird, weiß ich nicht Aber ich bin mir sicher, dass unser Abenteuer gerade erst begonnen hatte Kapitel 1 auf der Corsaren-Insel Schwierigkeitsgrad auswählen Ja, jetzt sind wir doch alle mittendrin im Geschehen hier Und hallo Leute nochmal, schön, dass ihr alle am Start seid So, auf Mittel Huck Der Huck ist wohl auch mein Freund Und Kokosnüsse haben wir Haben wir auch krasse Startwerte Wir haben schon 15, Stärke 15 geschickt 20 Mana Damit kann man doch arbeiten Verdammt, was ist los? Niemand bruselt da draußen rum Na Hook, gut geschlafen Hallo, wach werden Ach, halt doch endlich die Schnauze, Jones War gerade so schön am pennen Wie, immer noch müde? Ja, Mann Bin ja erst kurz vor Sonnenaufgang eingeschlafen Hast also die ganze Nacht kein Auge zugetan? Du sagst es Seitdem man uns diese Hütte gegeben hat Habe ich überhaupt nicht mehr richtig schlafen können Ach, wieso denn das? Jetzt grinst nicht so blöd Du weißt es ganz genau Diese verdammten Alligatoren machen mir eine scheiß Angst Wie nun, wenn nachts eins von den Viechern in die Hütte kommt? Brr Allein der Gedanke daran lässt mich schon schaudern Übertreibst du jetzt nicht? Immerhin haben wir eine Tür Die wir zuschließen können Ach Und du meinst, dass diese dünne Tür einen hungrigen Alligator abhalten wird? Ja, meine ich Ich nicht Warum wohl, denkst du, hat uns Mendoza diese Hütte zugeteilt, hä? Damit er uns bequem los wird Darum Das hätte er auch einfach haben können Indem er uns direkt an die Viecher verfüttert Na ja, stimmt schon Ach, vergess, was ich eben gesagt habe Bin heute nun mal gereizt Na ja, kein Wunder Wieso? Weil ich Hunger habe, Mann Gewaltigen Hunger Dann iss doch eine Kokosnuss Bäh, jeden Tag dasselbe Ich kann das Zeug nicht mehr sehen Gutes Essen kostet aber eine Menge Geld Und Haifisch Joe lässt nicht anschreiben Ich weiß Trotzdem Kauf bitte bei ihm Für uns alle jetzt mal ein Stück Käse Ein Stück Brot Und eine Flasche richtiges Wasser Ist bei dir der Wohlstand abgebrochen? Woher soll ich so viel Kohle nehmen, um das Zeug zu bezahlen? Nun, Matt und ich haben unsere letzten Goldstücke zusammengekratzt Hier, 30 Goldstücke 30 Goldstücke? Das wird aber nicht lang Das wird gerade mal für ein Stück Käse reichen Aber nicht für drei Dann sammle doch ein paar Kokosnüsse Oder sonst irgendwas Und verkaufe Joe das Zeug Wir müssen endlich was Anständiges zu essen bekommen Sonst werden wir noch krank Also ich verzichte Dazu fehlt uns einfach das Gold Dann esse ich lieber weiter Kokosnüsse Oder irgendwelche Pflanzen Wie du willst, Jones Aber Matt will auch endlich wieder was Anständiges zu essen bekommen Also besorge zumindest für uns beide etwas Könnt ihr nicht zumindest auf das sündhaft teure Wasser verzichten? Nein Wir haben keinen Bock mehr Immer wieder salziges Meerwasser zu saufen Bäh Soll aber sehr gesund sein Sag wer? Ich Jetzt spinn nicht länger hier herum, Jones Sondern besorg uns endlich das Zeug Ich habe einen Mords Hungermann Na schön Ich versuche mal irgendwo noch etwas Gold aufzutreiben Und dann bei Joe das Zeug zu kaufen Ja, äh Der endlose Dialog Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern Junge Riesenratte Also kleine Riesenratte Ein Mist wie weniger Ein Mist wie weniger Diesmal eine Kokosnuss Bruder ganz genau Junge, Junge, Junge Das kann ja was werden hier Haben wir denn keine Waffe? Im Ring der Krieger Ring der Heiler Wo haben wir das denn her? Naja Was gibt's hier sonst noch so Schönes? Klappenmuschel Da ist ein Piratenschiff Haben wir denn keine Hose mitgenommen? Im Intro hatten wir doch eine Hose Ich fühle mich so nackig Hey Snipe Ach Sieh mal an Jones Na Bist du endlich aus deinem Loch herausgekommen? Aus meinem Loch? Wie meinst du das? Dachte ich mir Dass du es nicht kapierst Ich meine mit dem Loch Deine Hütte Wo sich du und deine Freunde Immer verkriechen Hast du wohl Angst Von uns Einer aufs Mauer zu bekommen Was? Ich Naja Wenn ich dich Pfeife so ansehe Kann ich es gut verstehen Ich merke bereits schon jetzt Wie du dir vor Angst In die Hosen machst Lauf dir erstmal ein vernünftiges Mikrofon Kumpel Irgendwie scheinst du ein Problem zu haben Hey Pass bloß auf Was du da sagst Jones Sonst hast du nämlich ein Problem Und zwar mit mir Und ab morgen zahlst du mir täglich 10 Goldmünzen Jones Ist das klar? 10 Goldmünzen? Wofür denn das? Dafür dass ich dich in Ruhe lasse Kleiner Sonst gibt's was aufs Maul Klar? Snipe Der möchte gern Bloodwin Oh nein Und Ned hat den Fleischzopf Bitte den Fleischzopf Hi Ned Alles klar? Geht so Sei mir nicht böse Aber zur Zeit ist mir nicht nachreden Am besten lässt du mich allein Okay Hä? Wieso denn das Ned? Was ist denn los? Nichts Jones Nichts Lass mich einfach in Ruhe Ja? Na sicher doch Warte mal Ist das nicht Ist das nicht die gleiche Insel Wie wir letztens in der Mod hatten? Ist das nicht die gleiche Insel Wie bei Secret of Ne wie ist das? Wie ist das Secret of Jump Ne Das hieß Wie hieß denn diese Mod nochmal? Vulkano-Quest Holy shit Das war ja mal gar nicht knapp Das bringt ja jetzt nicht so viel Das Kokosfleisch Ich brauche irgendwas anderes Ich höre noch eine Ratte Aber ich weiß nicht wo sie ist Sie könnte jeden Moment aus dem Gebüsch kommen Und mich umbringen Verschwinde Sonst verfüttere ich dich an die Alligatoren Wieso denn das? Da ist mein Doffer Hallo Captain Verzieh dich Jones Hi Hi Was fühlst du? Ich wollte nur mal sehen wie es so geht Ach so Bist nur zum Quatschen hergekommen was? Hab aber hier für keine Zeit Kannst du mir etwas über Alchemie beibringen? Ne Und jetzt hau ab Und warum willst du mir nichts beibringen? Darum Dieses Feuer irgendwie sehr laut Darf ich das hier nehmen? Na warte du dreckiger Versuch nie wieder mich zu bestellen Piratengesetz Auch bei uns Piraten Muss das gemeinsame Leben geregelt werden Egal ob das ein Bord oder ein Land oder sonst wo ist So wird jedes Verbrechen wieder der Gemeinschaft der Piraten bestraft Im Sinne aller Piraten ist es nicht erlaubt Schlägereien anzuzetteln Oder sich in solche verwickeln zu lassen Ebenso ist Diebstahl Ein Vergehen Das nicht ohne Folge bleibt Wer dabei erwischt wird Muss über die Planke gehen Wer gar einen Kameraden niederschlägt oder ermordet Muss damit rechnen auf der Stelle von der Mannschaft gerichtet zu werden Und wer dem entgehen kann Muss eine hohe Strafe zahlen Im Regelfall Ist es der Kapitän der das Amt des Richters ausübt Hier wird zugetragen Welche Konten geschehen sind Und er fordert die Strafe ein Auf das der Frieden wieder hergestellt wird Denn wer Opfer eines Vergehens wird Oder solche bezeugen kann Wird nicht gut auf den Täter zu sprechen sein Dies Gesetz gilt selbstverständlich Nur unter uns Piraten So oder so ähnlich Jerome Hey du Hallo Jerome Wie sieht es aus? Hallo Jones Na wie soll es mir schon gehen? Schlecht was sonst? Eben noch sauer wegen Mendoza? Natürlich mein Junge Macht er mich doch vor versammelter Mannschaft runter Das vergesse ich ihm nie Mendoza ist zwar der Käpt'n und sein Wort ist Gesetz Aber so einen alten Seewann wie mich so runter zu putzen Das geht echt so weit Aber das werde ich ihm eines Tages heimzahlen Verlass dich drauf Der arme Mendoza Kannst du mir etwas verkaufen? Nun viel habe ich nicht Sieh dir an was ich habe Junge ein Stück Käse kostet einfach 30 Das ist aber die Hauptquist Zwei Brote Zwei Käse Und zwei Flaschen Wasser Wer ist das denn? Turner Verschwinde Sonst verfüttere ich dich Anti-Alligantoren Ist das nicht unser Sachsensprecher Aus der Andermod? Körperfadenanteile Der Horry Bekommt 79 Goldbrocken Der Haifisch-Joe Das waren 250 Ein-Augel-Snipe 6 Brett Bird und Sam 9 Gonzales Hat 20 Und der Ringo der Rotbart 25 Ja und die anderen Also steht ja nur Was die bekommen Ist glaube ich nicht so wichtig oder? So Pfanne Darf ich das nehmen? Darf ich an die Truhe? Darf ich an deine Truhe Kuppel? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts Naja Dann versteht er wohl nichts Oh, da sind ja einige Alligatoren Da merkt man ja fast, dass man hier In einer Odyssey-Team-Mod ist Ein schwerer Ast So, was gibt's denn hier noch Schönes? Hoches Nusser ohne Ende Oh shit Oh shit Ne, ohne Witz, ne Ich hab Angst vor denen Was soll ich denn machen? Die hauen mich doch weg Oh, wir haben eine Perle bekommen Die können wir verkaufen Muschelfleisch bringt viel Der Kokos bringt jetzt nicht so viel Aber ich ess es trotzdem Welche Mod hier nachkommt, strange Ach, irgendeine Gothic 1-Mod schätze ich Aber die, die geht länger, die Mod Also die geht so laut Mod-Seite So um die Neun Zehn Stunden Meine Meinung kennst du ja schon Oder acht Ist zehn Stunden Meine Meinung kennst du ja schon Okay, hier sind noch mehr Leute Und mehr Kokosnüsse Sehr viele Kokosnüsse Hey du Humphrey Hallo Humphrey Ach der Jones Was willst du von mir Landratte Ich wollte nur wissen Wie es dir geht Wie es mir geht Wie es mir geht Ist das alles Was du mir zu sagen hast Ähm, ich Ach Hau bloß ab, Mann Hallo, du bist ja unhöflich Hey Hallo Hallo Wie läuft's Geht so Könnte besser sein Wo Jugendsprache ran Der, keine Ahnung Fark Resser Neu in der Turpe Und Valkan Vielen Dank für Kampfkraft und Wendigkeit Vielen Dank Hi Hallo Hast du was zum Rauchen, Kleiner? Hm Sumpfkraut? Nee Mann Ich brauch was Härteres Hast du was? Nein Leider nicht Mist So, was hat Bird eigentlich für eine krasse Rüstung Der Bird Da ist auch irgendeine Hütte So, auf dem Schiff Ist hier noch was Schönes? Oh, da ist Ravalef Oh, ist es der Hey du Was machst du hier? Nichts Ich wollte nur Passt bloß auf Wenn ich dich beim Clown erwischen sollte Dann bist du dran Klar? Es ist der Der Assassinen Der Assassinenboy aus Odyssey Der, der gefühlt alle Assassinen vertont hat Und Lucian Vielen Dank für Ist mal ne Wurst, Bruder Sag mal Ist mein Kommentar gerade lesbar? Gab es Schon mal Probleme damit? Mit was? Sloth Rackets Im Schlösserknacken Verstehe ich nicht Uh, Feuergeschnitzeltes Achso, dass man Nüsse braten kann Nee, das habe ich einfach übersehen Dass du das geschrieben hast Verschminde Sonst verfüttere ich dich an, die Alligatoren Ja, dann schauen wir mal, ob wir die Dings braten können Es kommt nur auf die Kraft an Okay, ich kann die braten Aber alle eins sind nur Das ist doch lange bekannt Nee, das ist mir überhaupt nicht bekannt Das ist ne schlimme Sache Das ist ne schlimme Sache Das ist ne schlimme Sache Nichts zu holen Das hat er wirklich behauptet Nichts zu holen Ja, ich glaube wir haben jetzt genug Das ist doch lange bekannt Um uns Sachen zu organisieren Ich erzähle dir doch nichts Neues Ja, wo ist denn jetzt dieses Die gebratene Kogusnuss? Womit dann? Mehr fährt keiner was Ich erzähle dir doch nichts Neues Es kommt nur auf die Kraft an Also, komme nicht so Das ist ne schlimme Sache Das sind zum Teil die Sprecher von der Vulkanomod nur ein paar Jahre älter Ja, und der Mendoza ist auch zum Beispiel einer der Sprecher, der bei mein Mod dabei war Es kommt nur auf die Kraft an Also, komme nicht so Ist das wirklich wahr? Das ist doch alles nur geredet Meinst du, mir geht es besser? Wo sind die alle zu öffnen? Es kommt nur auf die Kraft an Also, komme nicht so Das ist doch alles nur geredet Ich will nur wissen, wie gut eins heilt Er hat auch die falschen Leute gehört Das ist ne schlimme Sache Ja, aber wo ist das denn, wenn ich das brate? Das ist doch kein gebratenes Fleisch, was ich hier bekomme, oder? Das ist doch Doch, das ist gebratenes Fleisch? Hä, wie merkwürdig ist das denn? Ist der Astronaut auch dabei? Es ist ein halber Astronaut dabei Ich hätte das gar nicht anders gemacht Naja, dann gehen wir mal ein paar Sachen verkaufen und Schau mal Man erzählt sich ja so einiges Veganer-Propaganda hier Das war doch klar Das sind die Fleischersatz-Propaganda Glaubst du wirklich? Der letzte Hauptzug hat sich wirklich gelohnt Farnung Farnung Finger weg von dieser Tür Derjenige, der versucht, in die Schatzkammer einzudrehen Wird von mir ohne Gnade und Barmherzigkeit An die Alligatoren verfüttert Und glaubt ja nicht, ich bekomme davon nichts mit Ich habe meine Augen überall Kippen Der letzte Hauptzug hat sich wirklich gelohnt Keine Ahnung, wann wir im See stechen werden Es wird durchs Alle, sogar die Alligatoren, ganz genau Uh, was haben wir denn hier Schönes? Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht Eine verschlossene Truhe Und ich hänge fest Wo bin ich denn jetzt nochmal zurück hier? Rosa Rosa Verschwinde, sonst verfüttere ich dich an die Alligatoren Besser nicht Hey Hallo, Joe Jones, was willst du? Nichts Wollte eigentlich nur wissen, wie es dir geht Das geht dich einen Dreck an Verschon mich gefälligst mit deinem Gequatsche Wenn du zumindest genug Gold in deiner Tasche hättest Dann könnten wir handeln Aber so Na, vielleicht habe ich ja genug dabei Kann ich mir mal deine Waren ansehen? Na gut, von mir aus Kannst dir ja anschauen, was ich so habe Du verkaufst doch auch Rüstungen Kann ich sie sehen? Gut Aber verschon mich gefälligst mit deinem Gequatsche Junge, nur du quatsch dir Streflingshose Ja, wenn, dann sparen wir schon auf die Abenteuerrüstung Zeig mir deine Waren Gut Aber verschon mich gefälligst mit deinem Gequatsche Schön mal zur anderen Insel Ich glaube, da werden wir noch früh genug hinkommen Vergessensspruch, Mutter Okay, wir verkaufen jetzt erstmal Die Perle Hammer? Brauche ich bestimmt nicht? Pfanne? Brauche ich? Ich weiß nicht, ob ich Bergkristall brauche Oder Schwefel Oder diesen Krautstampfer Aber ich hatte doch gerade noch Diesen komischen Ring hier Den kann ich verkaufen Und, äh, ja Diese Sachen hier Und, äh Ja, das Kokosfleisch ist jetzt nicht so viel wert Feuergeschnitzeltes bringt einen Stärkebonus Das sollte ich nicht verkaufen Reicht das denn schon für irgendwas? Ich brauche Zwei Käse Zwei Brot Zwei Wasser Ich glaube nicht, dass das reicht Können wir schon mal zwei Wasser kaufen Das sind auch Wucherpreise hier, ne? Wucher Ich könnte dir Sachen erzählen Ja, ich könnte dir auch Sachen erzählen Äh, Dor Ich habe ja zur 3.1 Habe ich Ein Fazit-Video gemacht Das kannst du dir ja gerne mal anschauen Also, ich finde die 3.1 schon ziemlich gut Aber ich würde nicht den mittleren oder schweren Schwierigkeitsgrad empfehlen Sondern ich würde auf leicht spielen Ich habe das Essen Endlich Ich wäre sonst noch gestorben So schnell geht das nicht Jetzt rede nicht lange, sondern gib mir endlich mein Essen Neds Anteil kannst du mir übrigens auch gleich geben Ich gebe es ihm dann nachher Hm, ich weiß nicht Nachher isst du vor lauter Hunger auch noch seinen Anteil weg Hey Jones Was soll jetzt diese blöde Anmache? Traust du mir sowas etwa wirklich zu? Nein, jetzt beruhig dich doch wieder War doch nur ein Witz Wie hast du den Kram? Gut Und damit du siehst, dass ich mich beherrschen kann Werde ich nicht jetzt, sondern später etwas essen Jetzt reg dich ab, Puck Ist ja nicht meine Schuld, dass es uns so mies geht? Ich weiß, Schuld hat allein Mendoza Wir werden von ihm und seinen Korsaren wie der letzte Dreck behandelt Leider War eine blöde Idee von uns, sich den Korsaren anzuschließen Du sagst es Aber jetzt ist es zu spät Ist dieser Fisch da gerade im Wasser rückwärts geschwommen? Nichts ist zu spät, Tuck Wenn es nach mir geht, können wir noch heute abhauen Ich wäre dabei Und Ned sicher auch Es gibt nur leider ein Problem Du sagst es Mendoza würde uns eher an die Alligatoren verfüttern Bevor er uns gehen lässt Schließlich kennen wir die genaue Lage seiner Insel Und das könnte ihm gefährlich werden Die Paladine von Myrtana würden demjenigen Der ihnen Mendozas versteckt zeigt Ein ganzes Fass voll Gold als Belohnung geben Hör auf zu träumen Uns würden die Paladine nicht ein Fass mit Gold zur Belohnung geben Sondern eiserne Fesseln Und die können wir dann tragen Bis wir die Kolonie von Korines erreichen Um dort in den Minen zu schuften Schließlich waren nur Sträflinge, Jones Vergiss das nicht Das vergesse ich ganz bestimmt nicht Bin froh, dass wir damals noch rechtzeitig aus dem Kerker von Tamora entkommen konnten Uns wären Ned, du und ich sicher noch eines Tages in der Minenkolonie gelandet Ich frage mich langsam, was schlimmer ist In der Minenkolonie zu schuften oder von den Kaisaren wie Dreck behandelt zu werden Wenn wir Pech haben, werden wir eines Tages noch als Sklaven an die Assassinen verkauft werden Und dann? Hast recht, wir müssen abhauen Und zwar so bald wie möglich Die Frage ist nur wie Frag doch mal Ned, vielleicht hat er ja eine Idee Möglich, ich werde ihn mal fragen Vielleicht hat er ja eine nette Idee Äh und Dorr, nach 20 Minuten wirst du aber noch nicht viel von dieser Mod gesehen haben Also ich würde dir schon empfehlen, dann ein bisschen weiter zu spielen Aber du kannst spielen, was du willst, ne? Nur, also ich fand die 3.1 sehr gelogen Die hat sehr viele positive Eigenschaften Wo steckt Ned eigentlich? Keine Ahnung Er ist kurz vor Sonnenaufgang aufgestanden Und sagte nur, dass er sich mal die Füße vertreten wollte Dann ist er aber schon lange weg Kann er nur sein Keine Ahnung Du wirst ihn wohl suchen müssen Hey, warte mal Wir brauchen doch Gold, nicht wahr? Ach, was du nicht sagst, Tuck Wäre ich nie darauf gekommen Jetzt bleib mal ernsthaft Ich habe eine Idee, wo man vielleicht welches bekommen könnte So? Wo denn? Zwischen den Inseln soll doch auf dem Meeresboden das Frag von einem Schiff liegen Das mal die Kaisaren versenkt haben Ja, stimmt Das Schiff war von der Handelsroute abgekommen Und hatte dabei das Versteck der Kursaren entdeckt Und daraufhin hat es Mendossa angegriffen und versenkt Da ist doch bestimmt etwas zu holen Möglich Aber man muss ein sehr guter Taucher sein Hm, na schön Ich kann es ja mal probieren Ja, äh, klar Kann ich das machen Hm, also hier sehe ich kein Schiff Seid ihr ein Schiff? Ein Wrack? Ja, und moin an alle, die hier noch dazu gestoßen sind Ach, da hinten ist ein Wrack Also Buddygoth, Othello, Dorr finde ich, äh, in den meisten Fällen Sehr schwer vom Schwierigkeitsgrad Und die normale Othello ist schon schwierig genug, denke ich, für die meisten Spieler Daher, also mal klar kann man Buddygoths, Othello-Mod auch spielen Und man kann am Ende auch sehr stark werden Aber teilweise sind manche Passagen einfach sehr schwer gewesen damals Und, ähm, da habe ich dann auch Mich immer versucht in die Lage von Spielern zu versetzen Die jetzt beispielsweise Lange kein Gothic mehr gespielt haben Und dann mal wieder Gothic spielen wollen Und ich denke, die werden sehr hart Dann damit zu kämpfen haben, ne? Da sehe ich doch was 100 Gold gefunden Das Wrack Warten wir mal kurz Dann mache ich nochmal einen Tauchgang Vielleicht ist denn der Kajüte noch was Wäre ja eigentlich cool, wenn hier was versteckt wäre Ja, Dorr, wenn du vor 20 Jahren das letzte Mal richtig Gothic gespielt hast Dann, ähm, könnten die Buddygoth-Mods für dich zu schwer sein Die sind eher an, äh, Spieler gerichtet, denke ich Die alles genau mitnehmen Und, äh, sehr gut das Kampfsystem beherrschen Und auch wirklich eine Herausforderung suchen Und ich weiß, dass viele bei Gothic gar keine Herausforderung suchen Einfach nur gerne Gothic spielen Guck mal, da ist der rückwärts schwimmende Fisch Der Moonwalk-Fisch Ist hier auf diesem kleinen Felsen noch was? Hier ist ja auch noch ne Hütte Mal da schauen Achso, das ist ja unsere Hütte Ganz vergessen Eigentlich leben wir doch fast besser als die ganzen anderen Leute Welcher Mod hat man auf normalen nochmal einen Grundschaden gemacht? Äh, bei Gilden Ich bin so froh, dass ich Gilden abgebrochen habe Ich hab ja ein bisschen Noch bei, ähm, bei Umut reingeschaut Der das ja spielt Ach, das ist so absurd, ne? Ach, wo hast du denn hier den Joint her, Kumpel? Und, hast du dir mal das Frack angesehen? Ja, habe ich Und ich bin sogar fündig geworden Sehr gut Dann könntest du mir ja eigentlich für den Tipp etwas Gold geben Tut mir leid Leider war es nicht allzu viel Ich habe gerade mal ein paar Goldstücke Verstehe Na, da kann man nichts machen Ja, da kann man wohl nichts machen Ja, Anzo, das ist völlig verrückt Also, ich verstehe auch das Prinzip von dieser Gilden-Mod gar nicht Und, äh, ich weiß nicht Es trifft einfach überhaupt nicht meinen Geschmack Es gibt eine ganz kleine Zielgruppe dafür Sonst würde es solche Mods nicht geben Aber Es ist ganz weit weg von dem, was ich an Gothic schätze So, wo ist denn der Ne, ach, da ist er doch Hey, du Immer wieder das Gleiche Na komm Willst du mir denn nicht sagen, was los ist? Erzähl mir, dass du dich kennst Na schön, bevor du dich noch weiter näherst Also, was ist? Ich habe meinen Ring verloren Und kann ihn nicht mehr wiederfinden Wie? Dein Ring ist weg? Etwa der Ring, der deinem Vater schon gehörte? Ja, genau der Dieser Ring ist ein altes Familienerbstück Und so eine Art Glücksbringer Naja, hat dir aber auch nicht viel genutzt Du bist trotzdem im Knast von Tamora gelandet Auch mit Glücksbringer Wir sind aber auch glücklich wieder von dort herausgekommen, Jones Ich werde mich da nicht herrschen Kann man also sehen, wie man will Na und? Dafür bist du aber jetzt auf dieser von Innos verlassenen Insel gelandet Juge, lass ihn doch Das stimmt Aber wenn ich den Ring hätte Dann würde ich bestimmt auch wieder von hier wegkommen Gut, dass du gerade beim Thema bist Darüber wollte ich gerade mit dir sprechen Und ich würde gerne von hier abhauen und Tut mir leid Aber bevor ich nicht meinen Ring wieder habe Will ich mir über sowas überhaupt keine Gedanken machen Aber das ist doch jetzt Quatsch, Ned Wir sollten lieber jetzt unsere Flucht planen Vergiss es Ohne meinen Ring werde ich nicht von hier fliehen So viel ist schon mal klar Wo hast du denn den Ring verloren? Auf der großen Nachbarinsel Ich muss ihn verloren haben, als ich auf die Berge dort geklettert bin Was? Ausgerechnet auf dieser Insel? Da wimmelt es ja von Viechern Was wolltest du denn da? Ich wollte mir etwas Gold verdienen Aber darüber reden wir vielleicht später Sag mal, könntest du den Ring für mich suchen? Vielleicht hast du ja schärfere Augen als ich Na gut, ich kann mich ja mal dort umsehen Vielleicht finde ich ja deinen Ring Ich danke dir Du bist ein echter Freund Nun, nicht ganz So eignwitzig bin ich jetzt auch nicht Du musst mir schon etwas hierfür geben Hm, hätte ich mir ja denken können Aber in Ordnung Ich habe mal bei Joy einen Heiltrank gekauft Sozusagen für den Notfall Den bin ich bereit dir abzutreten Wenn du mir meinen Ring wieder beschaffen kannst Abgemacht Wahnsinn, ein Heiltrank Das ist der absolute Wahnsinn Zwar keine schärferen Augen Aber ein Wobblocator, ganz genau Hauptsache der Typ sagt Ja, ich habe einen Glücksbringerring Und der hält einfach die ganze Zeit hier Du bist scheiße Du hattest eh kein Glück Hat dir auch nichts gebracht Mach dich voll fertig Und Waldes, hast du nicht Gilden noch verteidigt? Hast du gesagt Ach, Gilden ist gar nicht so schwer Ist voll easy Und dann kämpfst du 20 Minuten gegen den Boss Und nein, Waldes Das war jetzt kein Aufruf, Gilden zu verteidigen Ich mache mich nur über Gilden lustig Nimm mir das bitte nicht weg Das ist ja noch ein dickes Schiff Irgendwie ist mir das gerade gar nicht aufgefallen Sorry, die müssen sterben Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass ich Schildkröten töte Wie stark sind wohl Alligatoren? Schauen wir mal da runter Kleiner Tauchgang mit dem Ball Das ist ja voll Animation Cancelling gerade Cheater So ein Cheater, der Jürgenson Hast die Wasserlautstärke sich nicht verändert? Doch, tut sie doch Jetzt ist es doch gerade leiser Wenn ich hier oben bin Und wenn ich dann am Wasser bin Ist das Wasser ultralaut Na ja, dann heißt das jetzt wohl Alligatoren Kaputt prügeln Hey, hey, hey Was soll das? Er hat gerade einfach nicht zugeschlagen Schon wieder nicht Ist das Tor schon wieder im Arsch? Die Tastaturen sind für Gothic Gameplay nicht ausgelegt Gibt es hier auch Orks? Keine Ahnung, ich kenne die Mod nicht Er greift einfach nicht an Ich kann einfach nicht mehr Gothic spielen Ich bin zu alt für das Spiel Schon wieder nicht geschlagen Ich glaube, meine Tastatur ist wirklich im Arsch Zu alt für die Höhe, ja Gothic ist einfach zu Zu skill-based für mich Sorry Ich habe mich eigentlich gerade gemutet Beim Husten, aber Dann habe ich mich schon entmutet Und musste nochmal nachhusten Nachhusten Der Jorgen-Boy ist immer noch krank Und wie ist das aktuell so ein Ich weiß nicht, so ein Hin und Her Zwischen Mir geht es voll gut Und heute Morgen war ich wieder Core Under So wie in diesem einem Ankündigungsvideo von Und Stimmenwelt Ob irgendwann der Tag kommen wird An dem Jorgensohn keine Lust mehr auf Gothic hat Ich weiß es nicht Ich denke mal nicht Vor allem nicht, wenn das Gothic-Remake gut wird Dann kann ich ja Noch mehr zwischen den Gothic-Spielen hin und her switchen Der hat mich aber gekonnt hat Nee, Waldes Ich will Ich glaube dir einfach nicht Ich sage dir ehrlich, Waldes Ich hätte mich Von Kapitel 1 bis 3 Nur permanent aufgeregt Über das Spiel Da bin ich mir hundertprozentig sicher Deswegen Ich zweifle das einfach an Was du mir gesagt hast Ich bereue Es nicht mal im Ansatz Dass ich diese Mod abgebrochen habe Jorgensohn, was glaubst du Was die mit der Ankündigung gemeint haben Ich weiß es nicht Ich würde mich schon freuen Wenn sie einfach Gameplay zeigen Oder vielleicht zeigen sie ein Release-Datum Oh shit Ist ein Schattenlaufer gerade runtergefallen Nee, PClers Die Leute finden das gar nicht lustig Wenn ich böse bin Dann kriege ich sofort Ärger Alle anderen Streamer und YouTuber Dürfen böse sein Nur der Jorgensohn nicht Der kriegt sofort Ärger Dann heißt es immer Ich meckere nur Und ich bin böse Oh Mann Jetzt kommt der Schattenläufer Der kommt ja immer noch Wieso verfolgt der mich überhaupt so weit Das ist Nicht gut Ja, weil das Alleine wenn ich das lese Wenn du den suchenden Boss tötest Wird Belya sauer Und gibt allen Monstern im Spiel Bis zu 50% mehr Leben Leben Wieso schläft der Schattenlaufer jetzt im Wasser? Ja, Cs Rückkehr haben wir auch schon zweimal gespielt auf dem Kanal Leider ist das ja nicht fertig Und ein bisschen buggy Und ich denke nicht Dass ich Cs Rückkehr nochmal spielen werde Meine Tastatur ist wirklich im Arsch Tastatur ist einfach im Eimer Hier ist jetzt das vorher geschnitzelte Weil ich es kann Also hier schon immerhin 200 Gold Tja Habe ich nicht noch was besseres? Das ist ein bisschen zu krass zum Heilen Nichts zu holen Muschelfleisch Das ist doch nice Ich frage mich Wo ich auf dieser fetten Insel hier gerade überhaupt hin soll Na Digges Es gibt ja einige größere Mods Und die meisten größeren Mods Haben wir schon gespielt Denke ich Es gibt auch Mods Die ich sicherlich noch ein zweites oder drittes Mal spielen werde Aber auch diese kleinen Kleineren Mods Wie diese hier Die ich nicht kenne Die will ich auch mal sehen Ganz genau Hauptsache Alligatoren killen Auch wenn wir eigentlich zu schwach dafür sind Brauche Diesen Ring Den er verloren hat Da haben wir gerade schon einen Ring gefunden Ja Hätte doch irgendwas gesagt Mit oben auf dem Berg Vielleicht da oben Frage ist nur Wie kam er da hoch überhaupt Wann ist die Mod von 2012 Also dem Jahr Wo die Welt unterging Okay Ganz ehrlich Ich krieg's heute aber nicht gebacken Ich hämmer hier auf meine Tasten Das lade ich Ganz ehrlich Ich lade's Kann doch nicht sein Dass ich einfach Mich zuscheier Ich akzeptiere das nicht Ich hab nix mehr zum heilen Also schon ein bisschen Aber Oh Kritz Nice Legatoren haben auch ne komische Hitbox Ja die haben ne komische Hitbox Aber Die Sache ist Mein Problem ist gerade er Dass mein Spieler nicht angreift Obwohl ich angreifen drücke Und das liegt anscheinend an meiner Tastatur Warum ist es hier so unendlich laut Es gibt auch Gothic Online oder Ja Gibt es auch Aber das ist Eher weniger was für mich Ich weiß nicht Ich hätte da irgendwie keinen Bock drauf Über die Konsole Diese ganzen Befehle einzugeben Und dann nur per Sprachchat Und Also Ne per Per Dingschat Per Chat Nicht per Sprachchat Wie hat er denn hier oben Seinen Ring verloren Ganz ehrlich Also Gothic Online finde ich interessant Aber das ist einfach Das trifft auch nicht meinen Geschmack Aber wisst ihr was meinen Geschmack trifft Diese Bananen Diese Bananen Und hier ist ein Kreuz Womit dann Ja wie womit denn Womit dann Benutz doch dein Messer Wenn da ein dickes rotes Kreuz ist Dann ausgraben Was hast du eben gesagt Ich konnte dich nicht verstehen Weil es so unendlich laut war Keine Ahnung War bestimmt nichts wichtiges Ist Gothic Online überwiegend Roleplay Überwiegend Ja Aber es gibt auch Deathmatch Server Wieso ist es hier so laut Ich würde es so laut machen So So finde ich es gerade angenehm Mal gucken wie leise Die Sprachausgabe jetzt ist Kann ich nicht hören Die Welten sind so laut Ja Oh scheiße Oh Wieso können die im Wasser gehen Die cheaten Weil die wissen Ich will cheaten Ich gehe jetzt erstmal zurück Die schwimmen Nein Die gehen im Wasser Das ist nicht Die Schwimmanimation Doch der hat jetzt Die Schwimmanimation Die anderen sind aber Im Wasser gegangen Jetzt bin ich mal gespannt Ich wette jetzt ist die Sprachausgabe Viel zu leise Aber wir werden sehen Hast du genug Geld Für eine Rüstung Ja Für eine schlechte Rüstung Habe ich Geld Wo kommt die Rade her Was soll das Oh ne Jetzt werden wir erpresst Von dem Mann Mit dem schlechten Mikrofon Hallo Jones Heute ist Zahltag Willst du Prügel Oder zahlst du freiwillig Deine 10 Goldstücke an mich Na klar doch Hier hast du deine 10 Goldmünzen Na bitte kleiner Geht doch Muss ein bisschen lauter machen Hey du Geht das so vom Sound Ich hab deinen Ring Hier Tatsächlich Mein Ring Danke Das werde ich dir nie vergessen Und was ist mit dem Heiltrank Der Heiltrank Ah natürlich Hier hast du ihn Hey Und jetzt würde ich gerne mit dir Über etwas reden Ja Von mir aus Schieß los Ich will abhauen Und Hook ebenfalls Leider wissen wir nicht wie So Ich wüsste schon Wie man das anstellen könnte Tatsächlich Und wie Man müsste sich das kleinere Der beiden Cousaren Schiffe schnappen Und dann einfach damit verschwinden Mit der Seemüwe Und wer soll den Kahn Bitte schön steuern Wir drei haben doch von Navigation Überhaupt keine Ahnung Hm Aber der alte Jerome Wenn er mit uns abhauen würde Kämen wir mit Sicherheit Von ihr weg Jerome? Naja Er ist immerhin der einzige Von den Cousaren Der zu uns freundlich ist Außerdem hat er auch Eine gewaltige Wut auf Mendoza So ist es Mendoza meinte Dass Jerome zu alt geworden ist Und außer Rumsaufen Zu nichts mehr taugen würde Das ärgert den Alten gewaltig Daher könnte ich mir gut vorstellen Dass er mit uns geht Und was ist Wenn er uns bei Mendoza Verpfeift So ganz sicher bin ich mir nicht Dass er uns bei unserer Flucht unterstützt Das müssen wir eben riskieren Was haben wir denn großartig schon zu verlieren? Eine ganze Menge Das Leben Wie nun Wenn er uns an die Alligatoren verfüttert Ich sehe schon Hook hat dich mit seiner Angst angesteckt So ein Blödsinn Mendoza wird uns wegen einem Fluchtversuch Bestimmt nicht gleich kalt machen Der ist doch froh Dass er ein paar Leute hat Die hier die Drecksarbeit machen Dass seine Leute das nicht machen wollen Da ist was dran Er würde uns wahrscheinlich Ehr einige Tage auf Wasser und Brot setzen Und uns mehr überwachen Als dass er uns umbringt Eben Also sprich mal mit dem alten Jerome Der Mann ist unsere letzte Chance Um hier weg zu kommen Chance Weißt du wo Jerome zur Zeit steckt? Keine Ahnung Wirst du ihn suchen müssen Hm Naja So groß ist unsere Insel ja nicht Wirst du ihn schon finden Ach warte mal Könntest du noch eine Aufgabe für mich übernehmen? Du musst die auch nicht umsonst machen Um was geht es denn? Einer der Cousaren Tucker Gab mir den Auftrag Für ihn fünf Honigwaben Von der großen Insel zu besorgen Ach Aber als ich meinen Ring verloren hatte Hab ich daran natürlich nicht mehr gedacht Könntest du daher den Honig für Tucker besorgen? Ja Das Gold dafür kannst du natürlich behalten Ach deshalb warst du drüben auf der Insel gewesen Wegen dem Honig Ja Deshalb Hm Honig Du weißt ja dass Tucker ganz wild auf das Zeug ist Also wie sieht's aus Übernimmst du den Job? Na klar Gold kann ich immer gebrauchen Zumal man hier nicht viel davon zu sehen bekommt Gut Allerdings ist es so drüben nicht ganz ungefährlich Passt er ja gut auf dich auf Klar Kennst mich doch Bring den Honig am besten dann so gleich zu Tucker Junge Er ist zur Zeit auf dem großen Cousaren-Chip Pass aber auf Dass er dich nicht übers Ohr haut Er wollte mir 100 Goldstücke für den Honig geben In Ordnung Ich pass auf Junge diese Dialoge die gehen einfach immer noch mal weiter Du denkst jetzt vorbei Nee geht einfach noch weiter Hey Und Leute er hat den guten Fleischzopf Komisch jetzt will er mir Gold geben als Belohnung Eben hat er noch kein Gold Konntest du nicht mal Essen kaufen Wo haben die denn jetzt das Gold her? Will er mich verarschen oder was? Anscheinend schon Erstmal gehen wir zu Jerome Ich frag mich ob so ein Glatzenzopf So ein Fleischzopf wehtut Oder ob das einfach so ein Weiß ich nicht Sich anfühlt wie so ein Hautwabbel Der da hinten rum flattert Hinterfrag doch nicht alles mit deiner Logik Doch King Nur dafür bin ich da Ja Ein Dorf Wer war denn noch mal der alte Jerome? Ach das war dieser Typ ne? Das war der Typ der gar nicht alt klang Wir wollen von der Insel fliehen So Hm Interessant Aber wen meinst du eigentlich mit wir? Hook Ned Und mich Hm Und warum sagst du das gerade mir? Hast du keine Angst dass ich euch beim Käpt'n verpfeife? Nun Du verstehst doch was von Navigation Außerdem hast du mit Mendoza zur Zeit doch ein Problem Oder sehe ich das falsch? Nein das siehst du richtig Und es war gar nicht so dumm von dir gerade mich anzusprechen Du wirst uns also helfen? Hm Ich nehme an dass ihr mit dem kleinen Schiff verschwinden wollt oder? Alles andere würde ja keinen Sinn machen Richtig Wir bräuchten allerdings einen Steuermann Da wir von Seefahrt keine Ahnung haben Den Steuermann kann ich machen Da wäre kein Problem Aber Aber was? Ich will nicht von dieser Insel einfach so verschwinden Zuvor muss ich mit Mendoza noch abrechnen Was hast du vor? Das würde ich mir überlegen In der Zwischenzeit kannst du mir einen Stängel Sumpfkraut und eine Buddel rumbesorgen Ach klar Was? Du willst was zum Rauchen und zum Saufen haben? Na klar man Die grauen Zellen müssen doch ans Arbeiten kommen Also besorg mir das Zeug Und woher? Mir egal Vielleicht bei Haifisch Joe Der verkauft doch das Zeug Na gut Dann gib mir etwas Gold Damit ich Joe auch bezahlen kann Gold? Habe keins mehr Versuch halt das Zeug so zu bekommen Joe wird mit Sicherheit nichts umsonst rausrücken Tja dann hast du ein Problem Ich? Ein Problem? Wieso? Ganz einfach Bevor ich nicht das Zeug bekomme Bin ich nicht in der Lage über unsere Flucht nachzudenken So einfach ist das Das ist ja typisch Hallo übrigens an alle die hier noch dazu gestoßen sind Ähm Der Händler war da unten Ah ne War doch er doch auch Sachen verkauft Hat er nochmal verkauft Hey Kannst du mir etwas verkaufen? Nun Viel habe ich nicht Sieh dir an was ich habe Kann ich Das selber drehen Das Sumpfkraut? Oh hier liegt ein Stängel Aber wenn ich den nehme Dann kriege ich auch die Fresse Würde ja gerne an den Tisch Aber es geht nicht Wenn Ja ich kann nicht an den Tisch Versuch nie wieder mich zu bestehlen Ich meine ich könnte mich verprügeln lassen Und dann Dann das Geld vorweg schmeißen Ja oder nachts halt Aber ich will jetzt nicht schlafen weil Äh da muss ich wieder 10 Gold zahlen Bist auch nicht bereit für den erwachsenen Tisch Daran wird es liegen Hey Zeig mir deine Ware Gut Aber verschone mich gefälligst mit deinem Gequatsche Ja wir kaufen sonst einfach überteuert und fertig So geht es auch Ähm Gab es hier sonst noch eigentlich irgendwas Oder irgendwen Oder irgendwo Hey Ich hab das Zeug das du haben wolltest So Wo ist der rum Hier Ach das tat gut Und das Kraut Hab ich auch Hier hast du es Der Ex ist einfach weg Ja und jetzt Und Was und Weißt du jetzt wie du mit Mendoza abrechnen wirst Ja Der alte Gauner wird sich noch wundern Was hast du vor Der alte hat in seiner Truhe eine Schatzkarte Die werden wir uns holen bevor wir von hier verschwinden Ist das nicht so gefährlich Mendoza wird uns über alle Weltmeere jagen Wenn er davon Wind bekommt Keine Sorge Ich habe schon eine Idee Wenn wir die Karte haben Werden wir einfach eine Kopie davon machen Und das Original wieder in die Truhe stecken So wird er niemals erfahren dass wir ihn angeschmiert haben Gute Idee Wie aber willst du an Mendozas Truhe herankommen Wieso denn ich Du wirst Mendoza seine Karte klauen Ich Ja du Du wirst gerissen genug um Mendoza zu täuschen Ich aber kann das leider nicht Du weißt ja dass ich mit Mendoza Ärger habe Der wird mich daher auf Schritt und Tritt überwachen Verstehe Aber das ist mir zu gefährlich Im Klauen war ich noch nie richtig geschickt So Hm Weswegen hast du denn eigentlich gesessen Urkundenfälschung Urkundenfälschung Was hast du denn gemacht Ich hatte mir unter falschem Namen eine Bescheinigung ausgestellt Um mit dieser Geld von einem Geldverleiher zu ergaunern Leider flog die Sache auf Daher werde ich mal lieber meinen Kumpel Ned fragen Ob er die Karte für uns klauen wird Der ist ein geschickter Dieb Mag sein Ich glaube aber trotzdem nicht dass Ned dieser Aufgabe gewachsen sein wird Und warum nicht Weil Ned dann an deiner Stelle das Vertrauen Mendozas erregen müsste Und ich glaube nicht dass Ned das schaffen wird Wie kommst du darauf? Um das Vertrauen von Mendoza und seiner Crew zu gewinnen Muss man auch schon mal in der Lage sein jemandem auf Maul zu hauen Du hast recht Und Ned ist nicht gerade der stärkste Dann werde ich lieber Hook fragen Den haut so schnell keiner um Hm Hack ist zwar sehr stark Aber um Mendoza um den Finger zu wickeln ist er nicht clever genug Stimmt auch wieder Also bleibt nur ich übrig Aber wie soll ich die nötige Kraft und Geschicklichkeit aufbringen Um meine Aufstabbe zu lösen Nun das dürfte das kleinste Problem sein Ich könnte dich mit der Einhandwaffe trainieren Allerdings mache ich das nicht umsonst Ned könnte dein Geschick steigern Und Hack könnte dir zeigen wie du deine Muskeln stellern kannst Mit deinem Grips Neds Geschick Hacks Kraft Und meinen Kenntnissen Dürfte es dir nicht schwer fallen Alle Aufgaben zu lösen Die man nicht stellt Naja So ist das also Ähm Was lerne ich jetzt zuerst Ich glaube ich lerne wirklich besser Kämpfen Eben habt ihr doch gesagt Der Sound passt Jetzt ist es zu leise Oder was Problem ist Die Geräusche werden ja mal mit lauter So Was kannst du mir beibringen Nun eine ganze Menge Das wird dich aber wie gesagt was kosten Umsonst mache ich das nicht Na schön Und was kann ich bei dir alles lernen Also zum einen kann ich dir zeigen wie man mit der Einhandwaffe kämpft Kostet einmalig 50 Goldstücke Und wie sieht es mit dem Umgang mit anderen Waffen aus Umgang mit Bögen und Armbrüsten Sowie das Training mit Zweihandwaffen Das Training mit Bögen und Armbrüsten kann dir hier nur einer beibringen Mendozas Steuermann Harry Und mit der Zweihandwaffe kann am besten Highfish Joe umgehen Du und deine beiden Kumpels könnt aber vergessen dass ihr hier drin jemals ausgebildet werdet Mendoza ist strikt dagegen Also vergiss es Auch ich dürfte dir eigentlich nichts beibringen Also halt am besten die Schnauze Sonst bekomme ich noch Ärger Klar Werde nichts verraten Aber du sagtest zum einen Heißt das dass du mir sonst noch was beibringen kannst Ja ich kann dir noch beibringen wie du deine Waffe am Schleifstein schärfer machen kannst Waffen noch schärfer machen klingt interessant Kann mir gut vorstellen dass dir sowas gefällt Wäre auch gar nicht so teuer Ja komm machen wir Oh Waffenschärfen Und was kannst du mir denn über das Schärfen von Waffen beibringen Nun die Grundkenntnisse sowie das Schärfen von gewöhnlichen Waffen Und wie viel willst du dafür haben Für die Grundkenntnisse sagen wir mal 50 Goldstücke 50 Goldstücke Hoffentlich ist die Sache das wert Und ob sie das wert ist Übrigens würdest du woanders noch viel mehr dafür bezahlen Aber du kannst es dir ja noch überlegen Ich glaube ich lerne beides Aber erstmal Einhandtraining Hier hast du dein Gold für das Einhandtraining Gut Wenn du willst können wir mit dem Training so gleich beginnen Bring mir bei wie ich mit der Einhandwaffe kämpfe Oh fantastisch Kämpfer Kluges Kerlchen Wo nennt man mich Hast du vielleicht auch einen Job für mich? Einen Job? Warum? Um mich bei Mendoza zu empfehlen Oder wäre eine Empfehlung von dir beim Käpt'n nichts wert? Hm Ich habe zwar mit dem alten noch eine Rechnung offen Aber eine Empfehlung von mir dürfte eigentlich nicht schaden Gut, dann mache ich halt irgendeine Kleinigkeit für dich Und du sagst dem Käpt'n, dass du mit mir zufrieden warst So können wir es machen Allerdings wirst du auch wirklich etwas tun müssen Ich kann mir nicht irgendetwas ausdenken und dann den alten anschwindeln Mendoza ist ein gewiefter Hund, dem man nichts vormachen kann Na schön, dann gib mir eine Aufgabe Hm Du könntest für mich heute Nacht die Strandwache übernehmen Was sagst du dazu? Wie? Wache schieben? Damit soll ich mir Respekt verschaffen? Ich weiß nicht Nun, es wäre ein Anfang Bisher wurden ja du und deine Freunde vom Wachdienst ausgeschlossen Alleine schon deshalb, weil ihr nicht zur Crew gehört Das heißt, wenn ich die Wache übernehme, gehöre ich dann bereits zur Crew? So schnell geht das jetzt nicht, Jones Aber wie gesagt, es wäre ein Anfang In Ordnung Ich übernehme deine Wache Soll ich auch auf irgendetwas achten? Gut, dass du dies jetzt ansprichst Auf meiner Wache sollte ich mir ganz besonders den Strandabschnitt gegenüber der Alligatoreninsel ansehen Nachts sind da immer seltsame Geräusche zu hören Soll sich richtig gruselig anhören, meinte der Käpt'n Na, ich denke der Alte wollte mir eine Angst einjagen Ich habe da schon einen Verdacht, wer diese Geräusche verursacht Muss aber erst Gewissheit haben, bevor ich dies Mendoza melden kann Und Verdacht? Was für ein? Das werde ich dir erst nach deiner Nachtwache erzählen Du musst mir erst bestätigen, ob ich mit meinem Verdacht richtig liege Na gut, ich werde die Wache für dich übernehmen Schön Na dann, viel Erfolg Das kann ja was werden Ja und Leute, auf die anderen Inseln und so Da werden wir sicherlich sowieso noch hin müssen Das macht ja Ja, das hätte er mir vorhersagen können Das macht ja keinen Sinn jetzt da hinzugehen Wenn wir sowieso nachher da hin müssen Bin gespannt, wann dich der Käpt'n als Sklaver an die Orks oder Assassinen verkaufen wird Der Typ ist auch wieder lauter als der andere Und er ist ein Sachse Der Sachsenpirat Ähm Ich überlege gerade, ob ich die hier alle töten soll Aha Krieg 17 funktioniert immer noch Ich habe ja auch vorhin gesehen, dass die Kritz gar nicht mal so wenig Schaden machen Deswegen bin ich dann auf eine Hand gekommen Das verschnellert ja schon mal die Kämpfe um ein Vierfaches Dann kommen jetzt die of die die schlechten Piratenwitze im Chat. Ich habe doch auch mal ein schlechtes Piratenwitze-Video mit Greg gemacht. Wer eine oder andere könnte sich erinnern. Nice. Level up. Ist das Wasser eigentlich wieder zu laut? Ja, ne? Das ist echt schlimm. Mit den Mods. Die Sache ist, Neo hat mir das so erklärt. Also Gothic hat ja überall so Soundpunkte, die man setzen kann. Und es gibt halt so 3D-Sounds. Und je näher du dran bist, desto lauter wird es. Und Wasser gehört halt auch dazu. Und wenn man die Wassersounds halt direkt an den Strand packt, dann ist das halt verdammt laut. War das kein Wasser-Entspannungs-Video? 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 Es sind ja auch nur noch ein paar Alligatoren, dann können wir wieder vom Wasser hier weg. Ich denke mal, die muss sich sowieso töten, wenn die gefräßige Alligatoren heißen. Bestimmt Questgegner. Boah, jetzt so ein Ohrlöffel. Vielleicht haben wir ja morgen wieder Glück. Mit einem Ohrlöffel. Bei Kingdom Come. Wie nennt man einen schmutzigen Seemann? Ich denke mal, das wirst du uns gleich verraten, oder? Meerschweinchen. Oh nein, der hat uns getroffen. Wieso morgen? Dachte Mittwoch ist Exklusions-Tag. Weil wir heute Gothic spielen, morgen Kingdom Come und Mittwoch wieder Gothic. Und Freitag spielen wir Dragon's Dogma 2, das würde ich gerne anspielen. Das kommt ja da raus, ne? Und ich denke mal, wenn wir heute bis 10 oder bis halb 11 oder so spielen, dann kriegen wir auch diese Mod am Mittwoch durch. Hast du eigentlich vor, die ganzen Gothic-Songs irgendwann auf Spotify hochzuladen? Das geht nicht. Das habe ich auch schon tausendmal erklärt. Ist gar nicht böse gemeint, dass du das in den Sinn bekommen hast, aber das Thema hatten wir schon oft. Darum ging es mir. Ich habe ja keine Rechte an den Stimmen. Und bei YouTube ist alles kostenlos. Bei Spotify so gesehen auch, aber du musst es ja unter irgendeinem Label oder irgendwas veröffentlichen. Und naja, das geht halt nicht. Ich habe keine Rechte an den Stimmen. Das sind Stimmen, die zu den Spielen gehören. Und dafür wurden halt jeweilige Rechte verkauft, ne? Ich habe das noch nicht mitbekommen. Deshalb habe ich ja gerade gesagt. Ist ja nicht schlimm, wenn du es nicht mitbekommen hast. Das Thema hatten wir nur schon... Nicht nur das, die Beats sind lizenziert. Die meisten, also eigentlich sind so gut wie alle Beats, die ich genommen habe, sind Freebeats. Bis auf ein paar Ausnahmen. So kritisch bei dem Vogel nicht. Ja, teilweise habe ich das ja schon gemacht, Dominik. Ich habe ja mal, wenn Tiere rappen... ...habe ich gemacht und halt irgendwie so einen suchenden Rappen. Das ist jetzt aber auch Jahre her. Da habe ich einfach ein bisschen rumgeblödelt, ne? Ne, lässig. Das ist kein Naked First Reapon Run. Das ist nämlich unser Third Reapon. Und wir haben einfach noch keine Rüstung, weil wir ein Armer und sind. So, wir müssen Honig finden. Fünf Waben. Da ist schon eine. Diese blöde Fliege. Wilde Bienen, was? Angst vor wilden Bienen. Alter, wir sind so krass. Wir töten Bienen mit einem Kurzschwert. Kann nicht jeder. Ich glaube, ich mache mal den Cheat-Modus kurz an. Damit wir sehen, wo der Honig sich versteckt. Ich glaube, wir sind so krass. Aha. Diese Geräusche, die sind so merkwürdig hier gerade. Los, stirb, Fliege. Was ist denn das für eine geile Mod? Einfach alles angezeigt bekommen. Das ist der Wob-Locator. Den findest du in der Beschreibung unter den Union-Patches. Oh, die Jungen, diese Blutfliege, ne? Blutfliegen sind schlimmer als Drachen. Gerade, wenn man ein Kurzschwert hat. Anzeigenhauptmeister-Mod. So heißt sie, ja. Diese Dinger lasse ich mal, würde ich behaupten. Schlimm, die Fliege. Also fliegen sind wirklich schlimm. Ständig schweben sie zu hoch, dass man sie nicht treffen kann. Dann weiten sie ständig aus. Einfach dreist. Hast du die Mod schon mal gespielt? Nein. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, in jedem Stream jetzt Blind reinzuschreiben, wenn ich die Mod noch nicht gespielt habe, macht auch keinen Sinn, weil die Leute fragen trotzdem. Sie verstehen nicht, was Blind bedeutet. Bei Kingdom Come habe ich es gemacht und das Erste, was alle gefragt haben, war, spielt er die Mod zum ersten Mal? Nervlich ist es, wenn ich die Leute das fragen? Nee, also ich bin ja, ich verstehe schon, ich bin ja selber ein Typ, dass ich manchmal offensichtliche Dinge übersehe, ne? So, das kennt ihr ja von mir, dass ich manchmal auch voll auf dem Schlauch stehe. Ich verstehe das schon. Nur, ich meine nur, warum ich das dann nicht in den Titel schreibe, wenn Leute ja eh fragen. Und manchmal ist es ja auch so, du erklärst irgendwas und dann kommt jemand und fragt exakt das gleiche 20 Sekunden später. Das ist dann schon manchmal nervig, aber ich meine, wir sind hier alles Menschen. Hoffe ich. Also ich nicht, ich bin ja eine KI. Eine schlechte. Aber ich bin eine. Da kann man auch mal was fragen, ne? Ich kann ja nicht, äh... Also nicht jeder kann ja wissen, was ich immer gesagt habe, ne? Es gibt keine dummen Fragen. Doch, gestern habe ich zum Beispiel eine dumme Swing gehört. Sowas wie, Jorgensson, wie groß ist dein Oberschenkelmuskel? Einfach voll random im Chat zu schreiben. Und das fand ich dann schon sehr merkwürdig. Weil, weißt du, wenn sowas auf irgendeinen Joke noch bezogen ist, was man gerade im Spiel hatte, dann denkt man sich so, ja okay, aber wenn das einfach so random kommt, dann checke ich halt nicht, was manche Leute von einem wollen. Verstehst du nicht, dass die Leute trollen? End. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute ernsthaft fragen und nicht trollen. Ich sehe das ja in den Kommentaren, wenn Leute dann, äh... teilweise sowas von übertreiben und dann irgendwie so mit Timestands deinen ganzen Stream auseinandernehmen und dir sagen, was du alles falsch gemacht hast und wie dumm du doch bist und dass du ja eigentlich das doch hättest wissen müssen und dies und das und du schreibst im Titel, dass du das Spiel blind spielst und die trotzdem denken, was bist du für ein Hund, dass du das nicht alles weißt. Also solche Leute trollen dann nicht. Im Internet gibt es nichts, was es nicht gibt. Menschen im Internet sind merkwürdig. Hallo an alle, die hier noch dazu stoßen. Ganz schön viele Gegner hier, also man erkennt, dass da die Mod vom Odyssey Mod Team ist. Viele Gegner, viel Platz und viele Gegner. Aber du musst glaub mal schauen, dass du dabei chillst und gar keine Energie reintust. End. Merkst du, dass ich in irgendeiner Form da Energie reintue? Ich rede doch ganz normal gerade über das Thema. Wir kloppen doch gerade Monster. Irgendwas muss ich doch erzählen. Also wenn ich da einen Fick drauf geben würde, dann könnte ich YouTube überhaupt nicht machen. Natürlich gibt es Tage, wo einem das manchmal auf den Sack geht, aber die meisten Sachen werden von mir ignoriert. Im Live-Chat erlebt man sowas ganz selten, weil da die Leute irgendwie, ich weiß nicht, doch zurückhaltender sind. Weil ich dann ja live da bin. Und ansonsten, wenn jemand richtig über die Stränge schlägt und irgendwie beleidigt wird, so wird der einfach permanent gebannt. So einfach ist das. Und es ist ja auch so, dass ich mich sehr oft darüber lustig mache. Also einfach. Das ist dann so einfach. Ich meine, ich musste schon sehr oft bei Kommentaren lachen, weil die einfach so absurd sind. Dass du einfach nichts anderes machen kannst, außer lachen. Kennt wer einen YouTuber, der sich mit Lore von Gothic intensiv beschäftigt? Der Graf von gestern zum Beispiel. Also Grey2 hat sich neulich umbenannt, der Graf von gestern. Ich habe neulich noch ein schönes Video über Gommes gemacht. Habe ich auch noch geteilt. Nehmen die Kämpfe irgendwann ein Ende? Wahrscheinlich nicht. Und so gesehen habe ich halt auch schon Lore-Videos gemacht. Und im Podcast haben wir mit Kurga sehr viel Lore behandelt. Ich glaube, da gab es auch kein Thema, worüber wir nicht gesprochen haben. Es ist nur fraglich, ob man jetzt im Podcast unter Lore-Videos zählen möchte. Aber ich habe halt auch schon die Lore komplett auseinandergepflückt in meinen LPs halt. Nichts in jedem, aber in jedem zweiten. Nur hier im Live-Chat, da quatsche ich ja eher mit euch über irgendeinen Scheiß. Und weniger mit mir selbst über irgendeinen Scheiß, den ich denke. Ja, end. Dann weißt du auch, warum richtig große Streamer oder größere YouTuber gar keine Kommentare mehr lesen. Die gucken da gar nicht mehr rein, weil die einfach keinen Bock haben. Weil die Erwartungshaltung ist einfach so krass. Also ich habe da schon reingehört. Ich habe auch schon mal ein bisschen mit dem geschrieben. Bei Discord ganz wenig. Er hatte mich damals auch gefragt, ob ich bei seinem Hörbuch Kram mitmachen will. Aber ich hatte damals auch noch nicht die Mikrofon-Ausstattung, die ich jetzt habe. Und auch überhaupt gar keine Erfahrung so in dem Bereich. Da war ich einfach auch, weiß ich nicht, zu schlecht. Hat man ja bei Odyssey und so gesehen. Ja, neulich habe ich dann ja mit Sebastian Seidel mich dann zusammen gefunden. Und dann haben wir ja da über die Idee mit Hörbüchern und so gequatscht. Also kam ich gar nicht mehr auf das Thema mit dem guten KG-Voice-Over. Oh shit, jetzt wieder zwei. Ich habe nicht aufgepasst. Muss weglaufen. Oh shit, jetzt kommt noch einer. Das einzig Gute ist, wenn ich gleich zurückkomme, dann kann ich Stärke lernen. Wenn man Schenkel brät, wie viel HP gibt der denn beim Essen? Also weil das alles auch gebratenes Fleisch ist, würde ich mal sagen, zwölf. So wie die anderen Sachen auch. Aber das ist krass, wie viele Viecher hier sind, ne? Wie viel Honig haben wir denn mittlerweile eigentlich drei? Bestimmt gibt es auch nur genau fünf Honig. So, gleich ist die Insel platt. Gleich ist sie platt. Die Viecher sehen einen auch hier von weiter weg. Also. Wird jetzt ein größeres Projekt seitens der Hörbücher? Sind die bei Patreon oder dergleichen? Also bisher gibt es keine Patreon-Seite, Y3. Also das bleibt alles eher erstmal ein Versuch, bis das vielleicht größer wird. Aber, ähm, also Sebastian ist da übelst motiviert. Ich denke, er wird auch die meisten Sachen einsprechen. Ich habe ja auch gesagt, dass ich hier und da mal vielleicht den Erzähler spielen werde. Ähm, ansonsten irgendwelche Nebenrollen vertonen werde. Ähm, aber alles, also in erster Linie fehlen halt Geschichten, ne? Und zum Beispiel, man ist ja auch zeitlich begrenzt mit dem Schreiben. Ich habe jetzt keine Geschichte geschrieben. Ich hätte genug Ideen, aber das alles auszuformulieren, das dauert auch Zeit. Und, äh, naja, ich habe halt den YouTube-Channel, ich streame, ich arbeite im Hintergrund am Mods mit. Ich, äh, mache andere Sachen. Man hat ein Privatleben. Äh, ja. Ja, halt, der Tag hat halt nur 24 Stunden. Aber, da soll halt auch regelmäßig was kommen, ne? Hast du ein Piratleben? Ja, ich bin ein Pirat in meiner Freizeit. Was ist da einer Idee als Hörbuchgeschichte? Ja, das freut mich, Badeworm. Also, wenn ihr, äh, wenn ihr da Lust drauf habt, ne? Ihr habt Ideen, die ihr umsetzen wollt. Schreibt eine Geschichte aus, schickt das Sebastian und, äh, er geht da durch und, ne? Das muss jetzt hier kein, ähm, also, da kann man ja auch notfalls auch was anpassen oder so, ne? Aber, ich meine, ihr habt ja zum Beispiel die erste Grundgeschichte gehört, wie die vor dem Erzählstil war und so. Und das ist ja auch jemand aus der Community gewesen, der das geschickt hat, ne? Felix, zwei Vater-Sohn-Storys, ja. Die wollen wir alle hören. Das ist mal ne vegane Wurst, Bruder. Danke, Paul. Danke für die 5 Euro. Sehr nett von dir. Mach von gestrigen Binnenkampf zu meinem Best-of-Ritte. Das ist halt auch so eine Sache. Ich hab neulich mal mit, äh, Flo mich darüber unterhalten, dass ich mittlerweile eigentlich echt einen Cutter einstellen müsste, der sowas macht. Aber das Problem ist, sag ich euch ganz ehrlich, bei einem Cutter, der für mich, sag ich mal, so Best-of-Cutted, wäre ja auch, dass der, ja, erstmal, der muss sich ja mit Gothic richtig gut auskennen, ne, beziehungsweise mit den Inhalten, die ich sonst so mache. Und der muss meinen Humor auch verstehen. Und, ich meine, das ist halt das Problem, ne, so Best-of-Cutten würde ich voll gerne machen, aber das ist, du musst halt durch den ganzen Stream nochmal durchgehen. Ne, Cutten ist halt sehr zeitaufwendig. Aber eigentlich müsste ich alle meine, wenn ich's richtig machen wollte, dann müsste ich alle meine Streams verwursteln und die besten Szenen immer als, äh, Shorts oder so noch bei TikTok und bei YouTube hochladen, ne. Ist meine Wurst, Bruder. Das Wurst, Bruder, kam mal wieder viel zu spät. Danke nochmal, Paul. Schaff ich die auch schon? Ist-of-Google-Translate-Randomizer fehlt ja immer noch. Ja, gleiches Problem. Aber den Randomizer würde ich auch nochmal gerne spielen, weil die Streams waren auch nur in 1080p damals. Und die Quali war halt echt grenzwertig. Gutierst du dir nebenbei potenzielle gute Stellen? Äh, hab ich mal gemacht und dann ne Zeit lang. Und dann hab ich's wieder gelassen. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! I'm dead in here! Oh! Oh! neden Sie so gut? Oh,ju! Oh! Oh! Dude, oh nu lie tables da! Oh! Oh, Ju проблема! Oh, uh oh yeah! Oh!ioè! Oh,��를 n sogenannten Sieymis! Oh, oh! So, ich brauche eben was Vernünftiges zu essen. Ich esse jetzt einfach mal Bananen. Ja, bei mir in der Größe, also es gibt Monate, die verdammt gut laufen. Zum Beispiel, das war letztes Jahr, sag ich mal, ab Oktober. Der Januar war auch noch ziemlich gut. Seitdem ist halt so eine kleine Flaute bei mir. Aber das ist normal, das kenne ich halt immer. Meistens ist es richtig auch Sommerloch, weil da gucken auch Leute tendenziell einfach weniger. Aber ganz ehrlich, ich kann mich absolut nicht beschweren. Oh, shit, da sind ja Fangeurschritten. Und selbst wieder... Was machen die da überhaupt? Wissen die den Honig? Oh nein! Oh nein! Ja, gut, ne? Ja, das Elden Ring DLC will ich auf jeden Fall spielen, wenn es rauskommt. Aber, ähm, ja. Also hier wird immer was mit Gothic laufen, aber wir machen ja im Stream gerade auch schon immer andere Sachen. Also King & Come und so. In Zukunft will ich ja auch noch mehr machen. Also, wenn King & Come durch ist, will ich die Witcher-Reihe zocken. Ich will Dragon's Dogma natürlich testen, Elden Ring. Ich will aber auch noch andere Spiele testen, wie Draken, sagen und so. Ich will irgendwann auf jeden Fall Dark Messiah mal spielen, wenn ich es zum Laufen kriegen sollte. Oh, Junge, jetzt hat er mich wieder getroffen. Ohne Witz, die Hitbox von den scheiß Alligatoren sind echt mies. Alter, wenn Elex 3 kommen würde, ich sage euch ehrlich, ich würde mich unironisch auf Elex 3 freuen. Einfach, weil es lustig wäre. Nicht, weil ich mich darauf freue, weil es ein gutes Spiel wird, aber weil es lustig wäre. Also, ich habe gestern sogar noch, abends, wurde mir selber also mein eigener Stream vorgeschlagen, also das Video, als ich auf ein Handy geguckt habe, weil da bin ich in einem anderen Account. Und dann habe ich da so eine Szene gesehen aus Elex 2, wo es so rumgeglitscht hat alles. Das war so lustig. Dominik, also ich glaube, wenn ich erst Elden Ring DLC spiele, dann bin ich ja auch erstmal bedient mit Elden Ring. Die Sache ist, hier sind halt hauptsächlich Gothic-Heads, die interessieren sich hauptsächlich für Gothic und nicht für Elden Ring. Das merke ich ja sofort, wenn ich irgendwas anderes spiele. Da ist das Interesse bei vielen Dingen gleich bei Null. Wobei King & Come eine ziemliche Überraschung war, wie gut das ankam, aber ich muss auch sagen, jetzt flacht das natürlich auch ab nach dem 15. Stream. Bist du stark? Oh ja. Bist du stark? Bist du stark? Ich habe es nicht vergessen, Frank, aber wie gesagt, aktuell läuft so viel, ich weiß nicht wann. Ja, und Anzo, so Fallout und so würde ich auch gerne irgendwann spielen, aber ich würde es auch eher im Stream machen. Gerade diese, gerade diese langen Spiele würde ich eher im Stream dann auch machen. Weil wenn du sowas wie Fallout jetzt irgendwie selbst mit 1 Stunde Parts machst, dann ist das einfach zu langatmig. Wir sind von Gothic massiv geprägt. Ja, ja, ich selber auch, ne? Ich meine, wir spielen hier ständig Gothic seit mehreren Jahren jetzt und es gibt so viele Mods, die ich selber noch nicht kenne und so. Das ist schon krass, was da noch alles gibt. Auch unbedingt eine Spitzhacke, ne? Wir gehen jetzt erstmal zurück und geben den Honig ab. Langsam wird es ja auch Abend, da können wir mal am Strand umschauen. Oder wie spät ist es jetzt? 19 Uhr. Ich glaube, ich bin der Einzige, der dich feiert, wenn du Sevens weitermachst. Sevens will ich selber ja noch weiterspielen, aber damals, wie gesagt, hat das auch wenig Leute interessiert. Und dann kam gerade die Gladiator-Mod raus und ich kann auch nicht drei, vier Projekte an einem Tag haben. Das ist einfach zu viel. Die Leute meckern ja jetzt schon rum, die kommen nicht hinterher. Aber es geht ja gar nicht darum, dass sie hinterher kommen. Es geht darum, ein Unterhaltungsangebot zu schaffen, was ja für alle kostenlos ist. Und jeder sucht sich raus, was ihm halt am besten passt. Aber es gibt halt Leute, die wollen alles gucken. Und das freut mich natürlich auch, aber das ist halt auch schwierig, ne? Da liegt eine Waffe da oben. Türhaken. Hey du, kannst du mir etwas beibringen, Hook? Hm, könnte ich schon. Ich könnte dir beibringen, wie du deine Kraft steigern kannst. Kostet dich nur ein bisschen Gold. Na hör mal, einem alten Kumpel wie mir kannst du doch das umsonst beibringen. Nee, Jones. Schließlich muss ich auch von was leben. Heifisch-Joe will für alle Lebensmittel Gold sehen. Und davon habe ich nicht mehr so viel. Na schön. Wie viel willst du haben? Wenn wir nur ein paar Übungen machen, reicht es, wenn du mir dafür 10 Goldmünzen gibst. Wenn du aber mehr wissen willst, zahlst du mir dafür 50. Ich will meine Kraft steigern. Jedes Mal muss ich 50 zahlen, willst du mich verarschen? Was sind das für Bucherpreise? Was ist das denn für ein Hund? Und ich frage mich, ob ich die eher verkaufen sollte oder ob ich die eh, ähm, trinken sollte. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Oh, eine schwarze Perle. Die ist viel wert. Also mir hätten halb so viele King-in-Comp-Streams locker gereicht. Ich hätte es gerne alle live angeschaut. Ja, aber die Sache ist erstmal, wenn du Bock hast auf King-in-Comp, dann willst du selber weiterspielen. Und, ähm, naja. Ich habe eine Umfrage gemacht und da wollten halt dann auch Leute mehr Streams haben. Wann soll ich denn eigentlich hier sein? Von Mitternacht? Ja komm, dann pennen wir mal bis Mitternacht. Piraten zocken nicht ab, wer hätte ich das gedacht. Das ist nicht, nicht mal ein Pirat, der Typ. Das ist ein Sträfling, der mit uns hier hingekommen ist. Strange. Das ist unser Kumpel. Das ist kein Pirat. Höch, hier liegt einfach 100 Gold. Einfach so. Okay, dann können wir doch Stärke lernen. Hey du. Ich will meine Kraft steigern. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Yeah, raus die Geschwerte. Jetzt fehlt definitiv noch ein cooler Hut, auf jeden Fall. Ja, also ich höre hier komische Geräusche. Hm. Seht dieser Strand auch noch mit dazu? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe mich schon immer gefragt, was eigentlich mit diesem Schink- bzw. Käsehut von Greg auf sich hat. Ja, es ist einfach, äh, ne, also mit dem, ich glaube das Problem taucht nur mit dem Renderer auf und manche Sachen kriegen halt falsche Texturen zugewiesen. Also das ist ja die, die Insel, ne. Also der Strand. Hier kann ich buddeln, anscheinend. Ah, 200 Gold. Ja, und hallo Tara. Hallo in die Runde nochmal an alle, die noch dazu gestoßen sind. Ich frage mich, ob ab irgendeiner Uhrzeit was passiert oder ob ich jetzt noch irgendwo anders hinlaufen muss. Das ist jetzt die Frage, ne? Bei einer gewissen Uhrzeit passiert da was? Okay. Ich spreche mal kurz mit Taka und bringe den Honig. Verschwinde, sonst verfüttere ich dich an die Alligatoren. Achso, ist das gar nicht der, den ich das bringen soll? Warte mal, war das Taka oder? Achso, ne, das ist Turner. So, dann warten wir jetzt erstmal. Würde ich sagen. Es war um ein Uhr oder drei Uhr. Was soll man bis dahin machen? Muss ich jetzt die ganze Zeit hier warten oder was? Der fürchterlich. Ja, dann erzähl mal was Schönes, Leute. Die Uhrzeit einblenden. Habe ich auch gerade. Es ist 0 Uhr 54. Also wenn um eins jetzt nichts passiert, dann mache ich kurz eine Pinkelpause, um mir noch was zu trinken. Und dann... ...komme ich wieder. Das ist nochmal ein Durchgang mit einer anderen Version von Google Translate geplant. Das war so witzig. Also mittlerweile habe ich so viel vergessen, dass wir auch die gleiche Version spielen können. Das ist schon acht Monate her. Von daher, ähm... Ja. Das ist jetzt eins. Die Summe, was? Da war einer hinter mir. Solche Cheater. Das Irgendwem kann ich schon lang... So, dann gehen wir jetzt schlafen und dann versuchen wir mal diesen anderen Typen zu verprügeln. Hallo, Jones. Heute ist Zahltag. Willst du Prügel oder zahlst du freiwillig deine zehn Goldstücke an mich? Nee, End. Da stimme ich nicht zu. Da bin ich gar nicht bei dir. Es gibt so viele lustige Streamer. So viele lustige Leute. Du kannst mich. Du kannst mich. Ich lasse mich nicht länger von dir erpressen. Ach? Willst du das nicht mehr? Dann muss ich dir leider wieder was aufs Maul geben. Der kann ja nicht mal kämpfen. Oh nein, er hängt fest. Kannst du bitte mal ich da festhängen? Kannst du bitte mal ich da festhängen? Na, na. Beste Stönger. Stöngeräusche. Sind auf jeden Fall gekommen. So nehmlich, Kumpel. Dafür brauchen wir noch ein bisschen. Mh, baller ich mir. Wat? Wir haben im Bala viel Gasto? Ich dachte, das wäre ein Mana-Trank. Baller mir das jetzt alles rein. Obwohl, nee. Bei Geschicklichkeit, egal. Okay, okay. Du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Ich lasse mir deine Erpressung nicht länger gefallen. Ach, wirklich? Soll das jetzt etwa eine Herausforderung sein? Wie sagst du das? Jones, Jones. Anscheinend weißt du nicht, worauf du dich da einlässt. Aber na schön, du hast es so gewollt. Wir sehen uns am Strand. Dann können die anderen sehen, wie ich dir mal kräftig eins auf die Schnauze gebe, Kleiner. Bist du dumm? Ich hab dich doch gerade verprügelt. Hä? Muss ich das verstehen? Er ist etwas langsam, ja. Hey, Jones, warte mal. Was willst du von mir, Joe? Willst du dir etwas dazu verdienen? Warum nicht? Gut, aber du musst dein Maul halten können. Was ich dir jetzt erzähle, geht niemanden etwas an, klar? Äh, klar? Klar. Ich kann schweigen wie ein Grab. Das hoffe ich für dich. Denn sonst sorge ich dafür, dass du tatsächlich wie ein Grab schweigen wirst. Verstanden? Ich sagte dir ja bereits, dass ich schweigen werde. Na schön, dann hör mir mal gut zu. Als ich vor ein paar Tagen zum alten Sam ging, konnte ich ihn beobachten, wie er heimlich sein Gold gezählt hat. Mann, das waren bestimmt mehr als 200 Goldstücke. Er hatte diese in einen Beutel gesteckt und sich dann mit diesem auf den Weg zur Küste gemacht. Ich verfolgte ihn natürlich sofort, da ich wissen wollte, was der Alte mit dem Gold vorhatte. Doch plötzlich war er verschwunden. Keine Ahnung, wo er auf einmal hin war. Erst nach einer halben Stunde sah ich ihn wieder. Aber da hatte er das Gold leider nicht mehr bei sich. Er muss es also irgendwo versteckt haben. Ich wette, dass es sich dabei um seine Beute an Teile von den letzten Kaperfahrten handelt. Der Alte Geizer assortet ja lieber sein Gold, als es zu versaufen. So, so. Und warum erzählst du mir das, Joe? Nun, ich hatte erst versucht, alleine das Versteck von Sams Gold zu finden. Habe die halbe Insel auf den Kopf gestellt. Aber es war alles vergeblich. Verstehe. Ich soll dir wohl suchen helfen. So ist es. Derjenige, der den Beutel findet, teilt die Beute mit dem anderen. Vier Augen sehen eben besser als zwei. Ich denke mal, dass es etwa 200 Goldmünzen sein werden, die der Alte Sam versteckt hat. Das heißt, du würdest mir dann 100 Goldmünzen geben, wenn du den Beutel finden würdest? Na klar doch. Genau so ist es. Vorweise ich, dass du mich nicht über das Ohr hauen wirst. Ich doch nicht. Kosan Ehrenwort. Du kannst mir glauben. Na schön. Ich werde dir helfen, den Beutel zu suchen. Gut. Ja, äh, irgendwie glaube ich ihm nicht. Hey. Die Suche wird schwierig werden. Insel ist zwar nicht allzu groß, aber im Beutel mit Gold kann man überall verstecken. Natürlich. Sonst hätte ich dich ja auch nicht um Hilfe gebeten. Wo hast du Sam zuletzt gesehen? Vielleicht sollte man dort als nächstes suchen. Sam ist zum Strand gegenüber der Alligatoreninsel hinuntergegangen. Und dort habe ich ihn auch aus den Augen verloren. Ah ja. Wir haben ja da gerade 200 Gold gefunden, aber ich weiß nicht, ähm... Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Ob das das Geld war? Naja. Wir werden sehen. Vielleicht ist da auch jetzt einer gespawnt. Beim Odyssey war es oft so, dass die Sachen erst später gespawnt sind. Was die Gothic-Mod-Community unbedingt braucht, ist eine Router-Mod. Ja, Frank. Äh, also Alistair, der eigentlich mit Bisasam an dem... ...an der neuen Version von Randomizer gewerkelt hat. Er hat Router eingebaut. Ich habe sogar mit, ähm... ...hier mit GameTTS... ...Sachen noch eingesprochen für Router. Äh, wieso ist der tot? Äh, wieso ist dieser Typ tot? Naja, und, äh, Alistair ist ja irgendwie einfach von der Bildfläche verschwunden. Keine Ahnung. Der Sam war weg. Und dann wollte Bisasam alleine weitermachen, aber... ...Alistair hat so viele Infos... ...zur Mod, äh, gar nicht bereitgestellt. Und, ja, jetzt fehlt das alles, Bisa. Und... ...jetzt habe ich von Bisa auch schon länger nichts mehr gehört. Alles ein bisschen doof. Wo kommt man denn dahinter? Aber da sind noch Sachen. Sieht der als Fleischwanzereien, oder wird... Ich glaube, ich habe die Router Voice im TTS nicht gefunden. Die ist bei Risen 2 unter O'Brien. Das ist der gleiche Sprecher wie Router. Ja, der eine Söldner, da sagst du was. Da kann man echt nur hoffen, dass nichts passiert ist. Aber er wäre auch nicht der erste Modder, der einfach von der Bildfläche verschwunden ist. Manche Leute hauen irgendwann einfach ab, weil sie auch einfach die Schnauze voll haben. Hat er nicht gerade eine Sprachrolle? Ja, ich komme nicht dran. Ich komme leider nicht dran. Ah, der hat ja doch noch Sachen. Da bist du ja. Kannst es kaum erwarten, Prügel zu beziehen, was? Heute wirst du es sein, der Prügel bezieht. Hast wohl geübt, was? Na mal sehen, ob das reichen wird. Achso, ihr meint, dass die... Ah, jetzt hat er doch wieder eine Waffe. Aber jetzt ist er schwächer als vorher. Komisch. Jetzt haben wir nochmal seine Waffe. Geil. Ne, wir haben sogar noch eine bessere bekommen, oder? Verwandlung und eine Blutpflege ist das. Oh Mann, mein Kopf. Ne, er hatte vorhin mehr Lebenspunkte. Verdammt, was war das? Ganz einfach, Snap. Du hast von mir eine kräftige Abreibung bekommen. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Doch. Und du kannst gerne noch mehr haben, wenn du willst. Verdammt, ich... Also, vorhin hatte der... Klar, wir sind auch stärker, aber vorhin hatte der noch, ähm... Naja. Der Lebenspunkt, ich glaube 280. Hey du. Du scheinst mich nicht für voll zu nehmen. Warum sollte ich das auch, Jones? Kannst du mir das verraten? Und wenn ich dir beweise, dass ich ein ganzer Kerl bin? Ha, wird schwierig werden für dich, mich zu überzeugen, Jones. Na komm schon. Egal, was es ist. Ich bin bereit, es dir zu beweisen. So? Das klingt ja ganz nach einer Wette, was du mir da vorschlägst. Von mir aus auch das. Gut, dann spitz mal die Öhrchen. Ich wette mit dir, dass es dir niemals gelingen wird, mich unter den Tisch zu trinken. Hm, wie viele Versuche habe ich? Na, ich will großzügig mit dir sein. Immerhin ist noch keinem von der Crew gelungen, es mit dem alten Humphrey aufzunehmen. Haha. Du kannst es daher so lange versuchen, bis du von ganz alleine aufgibst. Klingt gut, nicht? Und wann habe ich die Wette verloren? Ganz einfach. Wenn du es aufgeben solltest, weiter gegen mich anzutreten, zahlst du mir 100 Goldstücke und wir beenden den Wettstreit. Und was ist, wenn ich gewinne? Nun, wenn dieser sehr unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, zahle ich die 100 Goldstücke. Klingt fair. Das klingt nicht nur fair, sondern das ist auch fair. Also was sagst du, nimmst du die Wette an? Also wenn... Wenn jeder aus der Crew gegen ihn verliert, warum sollten wir dann gewinnen? Die anderen aus der Crew akzeptiert er doch auch. Vielleicht will er auch einfach nur, dass wir es mal versuchen? Ich weiß es nicht. In Ordnung. Ich nehme mir die Wette an. Gut. Im Ende knallst du nicht. Hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. Besorg dir aber bei Highfish Joe auch genügend Rum. Sechs Flaschen sollten es schon sein. Ach. Wenn du das Zeug hast, kann es von mir aus dann sofort losgehen. Wie soll ich es ja auch noch bezahlen oder was? Hey. Irgendwie scheinst du ein Problem zu haben. Hey. Pass auf, was du sagst, Jones. Sonst hast du nämlich ein Problem und zwar mit mir. Halt, warte. So war das doch gar nicht gemeint. Ich hatte nur den Eindruck, dass du dich irgendwie schlecht fühlst. Mehr nicht. Na schön. Hast nochmal Glück gehabt. Und du hast recht. Im Moment fühle ich mich nicht so besonders. Liegt wohl an dem Rum. Habe wohl so viel davon getrunken. Ausgerechnet jetzt. Wieso? Was meinst du mit ausgerechnet jetzt? Na. Weil mich doch der Käpt'n beauftragt hat, für die Crew auf die Jagd zu gehen. Entweder auf der Mole Red oder auf der Scavenger Insel. Ich sollte dort ein paar saftige Fleischkeulen besorgen. Aber so? Aber Moment mal. Du könntest doch das Fleisch für mich holen. Ich? Ja, du. Also bringe mir acht Fleischkeulen. Am besten sofort. Klar? In Ordnung. Ich besorge dir das Fleisch. Gut. Ich sehe, du bist in Ordnung. Aber beeile dich. Der Alte reißt mir sonst den Kopf ab. Hey. Wie hast du dein Fleisch? Sehr gut, Jones. Du hast mir sehr geholfen. Danke. Ist das alles? Von einem Danke kann ich mir nichts kaufen. Na schön. Da du mir aus der Patsche geholfen hast, wird ich mir nicht so sein. Hier hast du etwas. Gold. Nee, 30 Gold. Na, Burt? Was ist? Burt. Hast du was zum Raufen? Stumpfkraut? Hör mir bloß mit diesem Zeug auf. Ich brauch was Härteres. Wie? Noch was Härteres? Hör mal. Was? Du machst dich kaputt, wenn du so weitermachst. Na und? Geh dich nichts an, klar? Außerdem hab ich die Sache im Griff. Das hat schon mancher geglaubt. Und? Hey, bist du meine Mutter oder was? Hör bloß auf mit dem Gelaber. Aber ich wollte dir doch nur... Helfen? Vergiss es. Besorg mir lieber was zum Rauchen. Aber bloß kein Sumpfkraut, klar? Okay. Ich besorg dir das Zeug. Gut. Aber beeil dich. Ich brauch es. Aber komm jetzt bloß nicht mit nur einem Stängel. Drei sollten es mindestens sein. Junge, was für ein Typ, Alter. Und dann raucht er Sumpfkraut. Na Typ, was machst du das? Wer war denn jetzt... Der Typ, der mich Honig besorgen sollte? Also wo ist der? Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Ja, ganz genau. Immer wieder das Gleiche. Was ist da unten denn? Also eben dein Gegner. Erzähl mir nichts. Ich kenne sowas. War nett. Ne, das war nicht nett. So nett hat mir den Auftrag gegeben, aber... Hier, Honig für Taka. Ich soll das Zeug Taka bringen. Aber ich weiß nicht, wo Taka ist. Es war doch seine Entscheidung. Hey. Weißt du, wo Taka ist? Ich würde mich da nicht einmischen. Du warst doch mal ein guter Dieb, oder? Was heißt hier wahr? Ich bin es immer noch. Dann kannst du mir doch bestimmt einiges beibringen, oder? Ich kenne mir sowas nicht, oder? Na klar. Eine ganze Menge. Ich bin ein ganz guter Taschendieb. Und auch am Schlösser knacken bin ich nicht schlecht. Wichtig dabei ist nur, dass man hierfür über das nötige Geschick verfügt. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Dann kann man so einiges erreichen. Ich würde mich da nicht einmischen. Allerdings mache ich das nicht umsonst, Jones. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Du musst schon dafür etwas springen lassen. Hm. Aber sowas kennst du ja bereits nicht. Soll ich dir, so du mir was? Na schön. Das ist kein Geheimnis. Hm. Lass mich überlegen. Du solltest natürlich auch über etwas Erfahrung verfügen, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Nun, wenn ich deine Geschicklichkeit steigern soll, zahlst du mir für die Stunde 50 Goldmünzen. Wenn du allerdings nicht so viel Gold und Erfahrung haben solltest, kannst du mir auch 10 Goldmünzen zahlen. Dann fällt das Training eben etwas größer aus. Darüber hinaus zahlst du mir für die Kenntnisse über den Taschendiebstahl und über das Schlösser knacken jeweils 50 Goldmünzen. Einfach vor. Ja, äh, ja. Das war doch seine Entscheidung. Ey Leute, da stand nicht, wo Taka ist, da stand, wo wir den Honig bekommen haben. Hm. Und das war auf der großen Insel. Auf dem großen Schiff ist der, okay, da waren wir noch gar nicht. Das wird sich nie ändern. So, wir haben ja ein paar Sachen. Zeig mir deine Ware. Du, aber... Ja, ja, aber, aber. So, ähm. Wie viel ist der Scheiß denn wert? Das kann weg. Davon kann eins weg. Das kann auch weg. Ich behalte mal den. Ähm. Ich glaube, die können auch weg. Ich weiß nicht, ob ich die noch brauche. Ich weiß nicht, ob ich die schwarze Perle brauche. Ich verkaufe die einfach mal. Dann können wir uns jetzt eine Rüstung kaufen. Du verkaufst doch auch Rüstungen. Kann ich sie sehen? Gut. Aber verschon mich gefälligst mit deinem Gequatsche. Ich nehme die Abenteurerrüstung. Gut. Aber verschon mich gefälligst mit deinem Gequatsche. Alter, Wahnsinn. Abenteurerrüstung. Die ist ja abenteuerlich. Heftig nice. Achso, und der Typ, der unter der Treppe beim Alchemisten saß, das war Turner. Aber der Alte hat sich wieder mal das meiste eingesteckt. Hey du. Verkaufst du Kraut. Kraut? Nee, geht zur Haifisch-Show. Der hat aber nur Sumpfkraut. Und Wurt braucht was Härteres. Am besten davon gleich drei Stängel. Was Härteres? Nun, vielleicht kommen wir ins Geschäft. Ich habe hier noch irgendwo das Rezept vom grünen Novizen. Der grüne Novize? Ist das Zeug auch hart genug? Nun, verbört wird es reichen. Es gibt ein neues kleines Problem. Was? Ich brauche hierfür noch etwas Sumpfkraut und Feldknüterig. Kannst du mir das Zeug beschaffen? Nun, ich... Sollst es auch nicht umsonst machen. Ich gebe dir auch 50 Goldschweger dafür. Na, was sagst du? Einverstanden. Wo finde ich das Zeug? Das Sumpfkraut findest du draußen in meinem Beet. Sind noch sechs Pflanzen da. Die werden genügen, um drei Stängel davon zu machen. Und den Feldknüterig? Den gibt es so viel ich weiß nur auf der Nachbarinsel. Erst vorüber schwimmen müssen. Von dem bringst du mir dann drei Pflanzen. Na schön, wenn es unbedingt sein muss, werde ich auch das machen. Gut, Chance. Pass aber auf die Alligatoren auf. Die, die im Tierchen haben immer Appetit. Keine Ahnung, wenn wir im See stechen werden. Ich habe die Pflanzen, die du haben wolltest. Gut, gib her. Was ist mit meinen 50 Goldstöcken? Wie? Ach so. Hier hast du sie. Wann wirst du den Tabak hergestellt haben? Komm morgen wieder. Wann kannst du ihn haben? Müsste ich ihn nicht eigentlich bezahlen? Das hätte ich dir vorher sagen können. Ey, der läuft ja gerade weg. Dann kann ich ja alles stehlen, oder? Bin gespannt, was der alte Allzen schlägt. Das ist der Knacken, verstehe ich nicht. Das war doch klar. Keine Ahnung, wann wir im See stechen werden. So, was haben wir jetzt alles bekommen? Alter, nice. Was? Junge, was sind denn das für Boni, die wir jetzt hier reingeschallert bekommen? Meine Meinung kennst du ja schon. Bonzer schrumpfen. Tja, anders hätte man denn seine Schatzkampen bekommen. Hey, du. Ähm. Ich kenne jetzt die Ursache für die nächtlichen Geräusche am Strand. So, na jetzt bin ich aber gespannt. Nun, wer verursacht diese? Die Alligatoren. Richtig. Du hast es also tatsächlich herausgefunden? Anscheinend schwimmen einige von der Nachbarn will ständig zu uns rüber. So wird es sein. Diese Biester sind mittlerweile ziemlich zahlreich und zu einer richtigen Flage geworden. Man sollte was dagegen unternehmen. Du sagst es. Na, ich werde mal mit dem Käpt'n darüber sprechen. Mal sehen, was der Alte dazu sagt. Wenn es dich interessiert, was Mendoza beschlossen hat, kannst du mich hier nach meinem Gespräch mit ihm nochmal ansprechen. Kann allerdings sein, dass ich erst am nächsten Tag mit dem Alten sprechen kann. Zur Zeit ist er ziemlich beschäftigt. Wahrscheinlich überlegt er sich wieder mal, wohin es bei der nächsten Kaperfahrt hingehen soll. Wisst ihr, warum ich gerade Angst habe? Da steht ja Käpt'n. Der Quatsch wird doch jetzt bestimmt an. Hä? Wieso? Wieso? Lass in Zukunft die Finger von Sachen, an denen du nicht zu suchen hast. Aber. Kein Aber. Merke die Eins, Jones. Meine Befehle werden nicht in Frage gestellt. Hä? Hallo, Käpt'n. Verzieh dich, Jones. Ich check gerade gar nichts mehr. Ist das irgendwie verbuggt mit ihm? Ja, und die Alligatoren haben wir ja schon fertig gemacht. Als ob er wüsste, dass ich alles weggequicklootet habe in seinen Räumlichkeiten. War nur eine freundliche Vorwarnung. Könnte auch sein. Er sorgt sich einfach nur. Okay, hier sind irgendwelche Viecher. Aber jetzt sind wir hier richtig OP, Mann. So, nicht richtig OP, aber schon stark. Und hier ist dieser Bübi, oder was? Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Jagd und Beute. Panther und Löwen. Der Panther ist ein Einzelgänger, der gerne in den Bergen und Oasen lebt und nachts umherstreift. Der Löwe hingegen ist meistens im Rudel anzutreffen. Er ist das stärkste Tier der Wüste, der sich von keinem anderen Wesen fürchtet. Die Felle der Panther und Löwen sind sehr begehrt und daher sehr wertvoll. Ein Jäger muss aber die Kunst lernen, das Fell richtig zu nehmen, damit diese Trophäe ihren Wert behält. Ja, das war neu. Der Rest nicht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ach, da ist er. Hey, das ist Harry. Hallo Harry. Das heißt für dich, hallo Steuermann, Jones. Merk dir das gefälligst? Ist ja schon gut. Ich werde es mir merken. Hoffentlich, Mann. Was willst du überhaupt hier? Auf der Winsbraut hat keiner von euch Sträflingen was zu suchen. Warum Sträfling? Ich denke, wir gehören zur Crew. Wer zu Crew gehört, entscheidet allein der Captain, klar? Und Mendoza hat mit keiner Silbe gesagt, dass du und deine Freunde dazugehören, Kleiner. Also verzieh dich. Du störst. Ganz schön frech. Ganz schön frech, der. Hey, Harry. Schiffsrad, ey. Okay, da müssen wir schon ein Rum weniger kaufen. Perfekt. Ich häng erst mal im Eimer fest. Bist du? Ah, da ist er. Hey, Taka. Ich hab etwas für dich. So. Was denn, Landrallye? Deinen Honig. Landrallye. Dann her damit. Warte schon eine Ewigkeit drauf. Mh. Lecker. Halt. Erst bekomme ich mein Gold. Dein Gold? Ach ja. Mh. Ja. 50 Goldstücke. Von wegen. Es waren 100 ausgemacht. Sagt wer. Sagt Ned. Dann muss er sich verhört haben. Ich zahle dir nur 50. Mehr bekommst du nicht von mir. Dann wird nichts aus unserem Geschäft. Dann verkaufe ich den Kram Haifisch Joe. Hey, warte. Nicht so schnell. Ich gebe dir 70. Zu wenig. Na schön. 80. Immer noch zu wenig. 90. Das ist mein letztes Wort. 100. Schlag ein, sonst werden es 120. Verdammt. Na gut. Junge. Na endlich. Und nun verschwinde. Du hast auf dem Schiff nichts zu suchen. Verhandlungsexperte hier. Rhetorik 1000. Und hallo Medu. Hallo auch an alle anderen. Warte mal. Hallo Hawkins. Wie geht's? Ach hör auf Jones. Die Mannschaft ist am meckern, da es heute wieder nur Fischsuppe gibt. Ist auf die Dauer auch ziemlich eintönig. So ist es. Und darum werde ich mal was anderes probieren. Und was? Schildkrötensuppe. Was ist? Könntest du mir nicht fünf von den Viechern bringen? Ich habe hier auf unserer Insel noch keine gesehen. So viel ich aber weiß, müsste es die auf einer unserer Nachbarinseln geben. Na gut. Und was bekomme ich dafür? Nun, Gold kann ich dir nicht geben. Aber du könntest von mir etwas zu essen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob noch Schildkröten leben. Die haben wir schon alle umgebracht und aus Fleisch gefressen. In Ordnung. Schön. Aber beeil dich. Klar? Irgendwie finde ich diese Stimme bisher am coolsten vor diesem Hawkins. Die klingt gar nicht mal schlecht, ne? Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Tomate. Rezept Fischsuppe. Um fünf Teller Fischsuppe herzustellen, benötigt man einen ganzen Fisch und eine Flasche Wasser. Das Ganze muss im Kessel dann nur noch kurz gekocht werden. Weiß der Gala hart. Astronaut war besser. Sicher, dass Gonzales der Assassinenboy ist? Den habe ich hier gesprochen in der Mod. Ja, Noxal, den haben wir schon gehört. Du hast den gesprochen, als ob. Dann gibt es mal wieder einen Google Translate Stream, wäre nice. Darüber, echt, die Frage kam heute schon dreimal. Ähm, ja, ähm, können wir gerne mal irgendwann wieder machen. Der letzte ist acht Monate her. Aber jetzt gerade spielen wir halt eher Mini-Mods. Da will ich auch noch viele ausprobieren. Und ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie, ich habe ja Gothic 1 und Gothic 2 erst gerade durchgespielt. Deswegen sind diese Mods hier eine schöne Abwechslung gerade. Hey, du. Hallo, ein Auge. Hey, soll das etwa jetzt eine Anspielung sein, dass ich nur ein Auge habe, oder was? Nein, wieso? Alle aus der Crew nennen dich doch ein Auge. Und daher dachte ich... Richtig, Kleiner. Alle aus der Crew nennen mich so. Aber du gehörst nicht zur Crew. Also hast du, mich gefälligst nicht so zu nennen. Wenn du mich noch einmal so blöd anquatschen solltest, dann gibt's gehörig was aufs Maul. Ist das klar? Klar. Gut. Und jetzt verzieh dich. Hey, du. Mach hier bloß keinen Mist, du Penner. Klar? Naja. Okay, so. Was machen wir denn jetzt? Ja, da müssen wir noch warten. Da müssen wir auch warten. Da müssen wir auch noch. Ein bisschen warten. Könnte ich mir noch den Strand gegenüber der Alligatorinsel angucken für den Schatz. Das ist ja da vorne. Aber ich wette, das ist das, was wir da in dem Grab gefunden haben. Oder? Und hallo, Kathorana. Wieso hier? Das, was wir hier gefunden haben. Der Schatz war doch auf dem Berg. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Hier liegt doch der Lederbeutel. Okay, das kann man wohl weghacken irgendwann. Das ist anscheinend nochmal ein anderer Schatz hier. Vielleicht versteckt da dieser Händler selber sein Zeugs. Ich glaube, weil er mich betrügen wollen würde, betrügen wir ihn mal auch um Kohle. Ja, ich hab das Gold. 100 Goldstücke? Dann waren es also genau 200 Goldstücke, die Sam versteckt hatte. Gut, her damit. Ja, rechnen kann er. Ich würde mich da nicht einmischen. Nee, nee, Korra, du vertauscht da gerade was. Wie du gerade gesehen hast. Und hallo, Jasko. Oder auch nicht. Weil die Nachricht jetzt wieder weg ist. So, hier ist nichts. So, ich glaube, ich penne mal eine Runde. Geht's auf. Geil, ich hab nicht gespeichert. Manchmal liebe ich das. Hey. Hallo, Einauge. Hey. Nein, wieso? Richtig, Kleiner. Also hast du. Mich gefälligst nicht so zu nennen. Wenn du mich noch einmal so blöd anquatschen solltest, dann gibt's gehörig was aufs Maul. Ist das klar? Klar. Gut. Und jetzt verzieh dich. Was meinst du mit modifiziertem Sprachpaket? Dann müssen wir jetzt nochmal kurz das Zeugs abgeben. Ich wusste nicht, dass ich in fremden Betten nicht schlafen kann, dass das unter Todesstrafe steht. Glaub, sie hat Urlaub. Glaub, sie war doch die Tage auch wieder da. Die Frage kommt wohl noch öfters. Ja. Aber heute kommt sie schon ziemlich oft. Merkwürdigerweise. Ich glaube, mich wollen ja gerade auch ein paar Leute trollen. Jasko, ich habe ja eben gesagt, dass wir das gerne nochmal machen können. Ich weiß nicht, ob du jetzt ein Troll bist oder ob du das ernst meinst. Auf jeden Fall kam die Frage heute schon mehrmals. Und ja, das letzte Mal ist acht Monate her, können wir gerne irgendwann nochmal machen. So, dann gehe ich jetzt in meinem Bett schlafen, weil das sicherer ist. Nee, nee, Jasko ist ja nicht schlimm. Ist so einfach lustig, wie oft die Frage heute schon kam. Du bist der vierte. Aber ja, ich hätte da selber Bock drauf. So, in nächster Zeit würde ich gerne noch diese Bots hier mit eigener Geschichte ein bisschen ausprobieren, die ich noch nicht kenne. So wie jetzt Frau Saren ist. Shit, ich bin gerade beim falschen Strand, ne? Das war doch Saren, der Bescheid. Ich habe für sowas keine Zeit. Musst du Ressa anhauen, damit er die Sprache neu randomizt? Ressa hat das gar nicht gemacht, das hat Neo gemacht. Aber, ja, ich glaube, Neo macht das auch. Neo ist ja bei sowas immer übelst schnell, ne? Wenn ich ihn jetzt nochmal frage, ob er bei Gothic 2 das nochmal abwandelt. Beziehungsweise, ihr könnt ja jetzt auch einfach die Version spielen bei Gothic 1, wo der Held eine normale Stimme hat. Weil der hat ja, wir haben ja so eine Version gespielt, wo er so abgespaced gesprochen hat die ganze Zeit. So, dann pinnen wir mal ne Runde. Junge, wo kommt... Hey, wo kommen die Alligatoren her? Die Geschichte mit dem Liebesdreieck zwischen Diego und Laris war schon echt gut. Ja, das war schon der Hammer. Das werden wir alle nie vergessen. Und wir werden es gerne auch irgendwann nochmal neu durchleben. Und hallo Kien, hallo auch an alle anderen, die noch dazu gestoßen sind. So, jetzt könnte der bestimmt fällig sein. Hey, ist der Tabak fertig? Ja, schmeckt zwar nicht übel, das Zeug, wäre mal aber etwas zu stark. Aber Bird kann ja alles vertragen. Jetzt musst du mir nur noch etwas Gold geben und dann kannst du das Zeug haben. Was? Du willst auch noch Gold für den Tabak haben? Schließlich habe ich dir die Pflanzen hierfür besorgt. Na und? Dafür habe ich dir doch schließlich 50 Goldstücke gegeben, oder nicht? Und die willst du wohl jetzt wieder zurückhaben, was? Ich fürchte, dass das nicht reichen wird, Jones. So, wie viel willst du denn haben? Hm, für die drei Stängel? Sagen wir 300 Goldstücke. Was? 300 Goldstücke? Du mieser Betrüger, rück sofort den Tabak raus. Was sonst? Ärger, Jones? Schon gut, du hast gewonnen. Wieso? Dein Glück, Jones. Aber damit du siehst, dass ich nicht nachtrankt bin, soll mein Angebot weiter bestehen bleiben. Für 300 Goldstücke kannst du den Tabak nach wie vor haben. Kann ich den nicht verprügeln? Deinen Sündhaft teuren Tabak kannst du dir wer weiß wohin stecken. Wunderschön, wie du willst, Jones. Aber Pech für dich, wenn du es dir anders überlegen solltest. Dann kannst du so viel bitten und betteln, wie du willst. Aber bekommen wirst du ihn dann nicht mehr von mir? Kann ich auch einfach verprügeln, wenn Mendoza nicht da ist. Aber wenn ich ihn jetzt angreife, dann greift er mich doch locker auch an, ne? Na warte, du mischer Kerl. Leg dich nie wieder mit mir an. Oh Mann. Hier wird nicht gekämpft. Leg dich nie wieder mit mir an. Was hat der Käpt'n beschlossen? Er setzte eine Belohnung aus. Wer diese gefräßigen Alligatoren tötet, soll von ihm 500 Goldstücke erhalten. 500 Goldstücke? Nicht schlecht. Du sagst es. Ich würde mir ja gerne dieses Gold verdienen, aber mich auf eine Insel wagen, die von Alligatoren nur so wimmelt? Nein, danke. Und ich denke, dass sich so schnell auch kein anderer melden wird. Diese Viecher sind mordsgefährlich. Ich habe schon einige Male gesehen, wie die einen kräftigen Mann mit ein paar Bissen verspeist hatten. Da war zum Beispiel mal ein kräftiger Bursche aus Methana, der... Ne, lass mal. Keine Details, bitte. Schade. Ich hatte mir jede Kleinigkeit gemerkt und könnte dir eine Menge berichten. Nicht nötig. Sag mir lieber, ob ich den Viechern gewachsen bin. Was? Du willst dich tatsächlich mit diesem blutgierigen Bestien anlegen? Überleg es dir. Das ist glatter Selbstmord, sag ich dir. Wir sind doch schon längst tot. Nun, ich... Ich werde es riskieren. Schließlich wollen wir hier so bald wie möglich weg. Mann, bin ich erleichtert. Ich hatte schon die Sorge, du kneifst. Aber du solltest auf jeden Fall gut gerüstet sein, bevor du den Kampf aufnimmst. Ich brauche eine bessere Waffe. Ich würde dir ja meine geben, aber das würde man sofort spitzkriegen und das Mentor melden. Du solltest dir daher irgendwo eine Waffe auftreiben, egal wie rostig sie sein sollte. Naja, die sind schon tot, ne? Also vielleicht sind noch ein paar nachgespawnt, aber... Oder ist die Quest jetzt verbuggt, weil wir das schon vorher gemacht haben? Ne, da ist noch... Einer ist noch gespawnt. Diesen OP-Tränk, die wir gefunden haben, ist das ja jetzt ein Klacks. Oh, mal gucken, ob das reicht. Der Typ ist mir auch nicht ganz geheuer. Hey. Die gesträchigen Alligatoren sind erledigt. Ich weiß. Die Jungs haben deinen Kampf beobachtet. Auch Mendossa. Und was sagt er? Er sagt, äh... Nicht schlecht. Wie? War das alles? Hey, bleib locker. Wer den alten kennt, weiß, dass dies ein ganz großes Lob von ihm war. Habe ihn selten so beeindruckt gesehen. Dann habe ich sein Vertrauen errungen. Das alleine wird noch nicht reichen. Aber ich denke, es wird nicht mehr lange dauern. Aber halt. Ich sollte ja noch von Mendossa das hier geben. Hätte ich fast vergessen. Gold? Und was für eine Menge? 500 Goldstücke. Pass aber gut darauf auf. Ein Mord wurde schon wegen weniger Gold begangen. Ein Mord? Wieso? Hat etwa jemand vor, mich zu ermorden? Nun, ich weiß zwar nichts Konkretes. Aber der gierige Blick von manchem sprach Bände. Schlaf daher stets nur bei verschlossener Tür und am besten nicht allzu fest. Naja, das wäre ja witzig, wenn jetzt wirklich was passiert. So, ähm. Das Rezept muss irgendwo versteckt sein. Für dieses Kraut. Haben wir das schon vielleicht? Weil wir waren ja in seiner Liste. Stimmt ist da das Rezept drin von den grünen Novizen. Muss ich da mal gucken in der Nacht. Hast du schon mal unten? Unter Schatzkammer. Keine Ahnung, was für mein Store. Du bist doch mit dem Stream dabei. So, auf die andere Insel können wir noch gehen. Die Wette können wir noch machen. Aber wahrscheinlich werde ich sowieso verlieren. Ich frage mich, was auf der Insel ist. Aber ich wette, wir müssen da sowieso später hin. Und wir haben natürlich noch 20 Lernpunkte. Ich überlege, ob wir jetzt... Ob wir jetzt mal Schlösser knacken lernen? Hey du! Zeig mir, wie ich ein Schloss knacke. Schlösser knacken ist die hohe Kunst der Diebe. Du brauchst eine Menge Fingerspitzengefühl und Intuition. Und ein paar gute Dietriche. Allerdings sind manche Truhen mit speziellen Schlössern versehen, die sich nur mit dem passenden Schlüssel öffnen lassen. Wenn du also vor dem Schloss kniehst, dann drehe deinen Dietrich nach links oder rechts. Wenn du ihn zu stark oder zu schnell bewegst, dann wird er dir abbrechen. Aber je geschickter du wirst, desto leichter wird dir der Umgang mit deinem Werkzeug vor der Hand gehen. Naja. So lohnt es sich, Taschendiebstahl wohl zu lernen. Für mich. Hey! Wir haben jetzt nicht so viel Geschick. Aber vielleicht gibt es ja welche, die kinderleicht sind. Zeig mir den Taschendiebstahl. Wenn du jemandem die Taschen ausleeren willst, lenk ihn ab. Quatsch ihn einfach an. Sprich mit ihm. Beim Gespräch guckst du dir ihn an. Achte auf ausgebohlte Taschen, Schmuck oder Lederschnüre am Hals. Und achte vor allem darauf, wie aufmerksam der Kerl ist. Einen betrunkenen Cousaren auszurauben, ist etwas anderes, als wenn du einen Griff in Mendozas Taschen wagst. Klar. Wenn du dich natürlich ungeschickt anstellt, kriegst du es mit. Also immer ruhig bleiben. Ja, alles klar. Ich wette, wir sind zu schlecht, um überhaupt jemanden zu bestehen. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Geschick. Ich kann meinen eigenen Gruppel bestehen. Das ist nice. Ja, diese Mods sind halt nicht so gut synchronisiert, weil die sind halt alt. Und dass stellenweise langsam gesprochen wird, das ist halt so ein Problem, was man, keine Ahnung, ich glaube, jeder, der das erstmal vertont und keine Erfahrung hat, der spricht halt viel zu langsam. Klar gibt es auch bestimmte Charaktere, zu denen es passt, vielleicht so ein Vagia oder so, aber die meisten Leute sprechen wirklich ein bisschen zu langsam. die sollten einfach natürlich reden, wie sie halt auch sonst reden. Jetzt ist nur die Frage, ob wir hier noch Schildkröten finden können. Ich glaube, ich habe schon alle Schildkröten umgenietet. Vielleicht sind da auf der anderen kleinen Insel noch welche. Oder sind welche nachgespawnt, weil wir jetzt die Quest haben. Ich glaube, bei Odyssey war das auch manchmal so und das ist ja vom gleichen Team. Also die Quest ist durchaus möglich. Oder auch nicht. Haben wir wohl verkackt. Durch den jeden Sprecher steckt auch ein Schauspieler. Ja, aber ich glaube, ich glaube, die Leute können sich alle verbessern. Also jeder kann das lernen. Der eine ist halt begabter, aber ich glaube, das ist etwas, was du lernen kannst. Ja, Frank, das bleibt ja sowieso Geschmackssache. Ich mag beides. Bei TTS finde ich halt so schön, dass man die geliebten, bekannten Stimmen hören kann, die man auch bei Gothic hört. Aber ich kann auch verstehen, dass einem echte Menschen lieber sind. Deswegen ist es ja auch cool, wenn auch Mods noch kommen, die dann Wert auf eine Sprachausgabe legen, wie zum Beispiel Dämonenjäger der Nacht, was ich neulich mal vorgestellt habe von Neo Comic Con. Oder auch echte Schauspieler dabei sind, die im Theater spielen oder so. Und ja, zum Beispiel bei Gothic 1 hier A Prequel Story haben wir halt den Mix aus echten Sprechern und Voice Conversion. Dann kommt noch von der Aebo das Wappen. Da will er auch am besten für jede Rolle einen eigenen Sprecher haben und er will da nicht also zu viele Leute besetzen, dass sich die Stimmen immer wieder holen. Da bin ich auch sehr gespannt. Tja, Moleware, du bist keine Schildkröte. Ich habe mal zufällig die Mod gespielt und weiß, wo ich noch Schildkröten finde. Oder habe ich jetzt verkackt, weil ich das gegessen habe. Ich kann diesen Lester-Tal-Soundtrack langsam nicht mehr hören. Krass, mich stört er gar nicht. Da habe ich gar nicht darauf geachtet. Irgendwie düddelt der ganze Zeit im Hintergrund rum. Ich kann dieses Störgeräusch langsam nicht mehr hören. Aber jeder achtet ja auf unterschiedliche Dinge. Es gibt auch locker einen, der gerade zuguckt und der sich ärgert, dass ich meine Lebenspunkte nicht ganz voll gehalten habe. Das gibt es auch. Mindestens einen. Oder dass ich nicht perfekt geskillt habe. Oder dass ich da hinten eine Pflanze übersehen habe. Oder, oder, oder. Oder, dass hier junger Mole-Rat steht und nicht junges Mole-Rat. Neu in der Truppe. Und Vegan-Scope, vielen Dank für die verschenkte Kanal-Mitgliedschaft. Dankeschön. Das ist so schlimm, dass es dem Zauberer die Sprache verschlagen hat. Der Zauberer ist glaube ich trainieren, so wie immer. Er trainiert seine magischen Künste. Nichts zu holen. So, wie komme ich denn jetzt da hoch? Oh. Die Item-Anzeige ist schlimm. Ja, ich spiele ja auch mal ohne die, aber bei den Mods lasse ich das oft hier bei diesen Mini-Mods drin, damit wir nicht so lange Dinge suchen müssen. Aber ich spiele ja in LPs und so auch nur eigentlich damit, wenn ich kurz was suche und dann mache ich es wieder weg. Aber bei vielen Mods sucht man sich echt einen Wolf. Das ist hier der richtige Weg. Hey, das ist alles. Hey, das ist alles. Ja, Joy, das hilft so ungemein, wenn du irgendwas suchst, ne? Und du den kurz an- und ausmachen kannst. Das ist ja das Schöne. Du kannst den halt jederzeit an- und ausmachen, ne? Und, äh... Klar, der spoilert auch ein bisschen, gerade bei Gegnern. Ich glaube, man kann das noch individualisieren, was man angezeigt haben möchte. Ja, also... Ich sollte mir unbedingt die Triche kaufen. Ich sollte mir unbedingt die Triche kaufen. Ich weiß, das tut weh. Vielleicht hätte man auch noch... Wäre man nicht die Tränke machen können, aber egal. No risk, no fun. Und wir haben immer noch keine Spitzsacke gekauft. Womit dann? Schande. Ah, der Spitzsacke, perfekt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da ist ja nicht Spitzhockey. Okay. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja. Wo denn? Ach da. Nice. Na, ich glaube, den trinke ich noch nicht, bis ich noch ein bisschen zumindest günstig geschickt gelernt habe. Weil ich glaube, das habe ich schon versaut. Nicht optimal geskillt hier. Hallo Mark, hallo auch an alle anderen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, mal gucken, wo wir diesen Schlüssel finden. Jetzt kann ich auch auf der anderen Insel die Sachen noch ausbuddeln, aber... Eine Schildkröte. Ob eine Schildkröte kriege ich jetzt nicht mehr. Irgendwo gibt es hier doch noch einen unterirdischen Weg. Aber wo? Damit kann man vom Wasser irgendwo reintauchen. Ja. Ich glaube, diese Insel gibt es ja auch bei Odyssey, aber das ist ja schon wieder so lange her. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Meint ihr eigentlich, Odyssey sollen wir irgendwann nochmal komplett im Stream spielen? ohne Cheats, mit allen Quests, mit allen Sachen. Boah, das wäre... Das wäre echt eine Geduldsprobe. Das wäre dann einfach... Oh... Oh... Ja, keine Ahnung, wo es da reingeht. Tut ihr das nicht an? Nee. Also, klar, das hat ja auch ein paar gute Stellen und ein paar lustige und... Da oben ist jetzt ja auch wieder einer. Wie kann das denn sein? Hat eine schöne Runde Northgard fertig gemacht. Northgard habe ich auch mal gespielt mit einem Kollegen. Das ist echt cool. Bei Odyssey sollte eins klar sein, der Weg ist das Ziel, ja. Das trifft es sehr gut. Ich muss immer noch an den Typen denken, der in Korinus auf dem Marktplatz Schwarzmagie gepredigt hat. Ja, und der hat übrigens gegroult. Ja, war ganz nett so. Hallo, ich bin ein Schwarzmagier. Und die ganze Zeit. Das war ein bisschen anstrengend. Also, Returning machen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal. Die Sache ist, bei Returning das ist Gameplay-technisch übelst geil, ne? Guck mal einer an. Oh, sieh mal einer an. Was haben wir denn hier, Schönes? Oh, ein Ulmbogen. Aber kein Schlüssel. Kein Schlüssel für die Truhe. Ja, letztes Mal hatten wir ja Bogenschütze bei Returning. Also, wenn ich glaube ich nächstes Mal Returning spiele, dann sollte ich echt Magier spielen, ne? Der Magier bietet ja auch viel. Und da kann man ja auch. Du kannst Schwarzmagier sein, du kannst Feuermagier sein, das ist neu. Du könntest selbst Paladin sein und Magier spielen. Was gibt's da noch? Droide gibt's. Wassermagier gibt's. Gibt alles. Also, Returning ist, was das angeht, schon heftig. Aber viele der Quests sind halt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Dieser sächsische Akzent erinnert mich immer an Ulbert aus der Main-Mod. Ja, die Main-Mod hat schon auch Legenden-Status. Fast, dass ich die so lange gar nicht kannte und die war echt, die Main-Mod war halt wirklich bemerkenswert dafür, dass die solche Wendungen hatte, die man niemals gerechnet hätte. Dann bist du mal bei Xardas Turm, dann bist du auf einmal in Jakend da, kämpfst zusammen für die Minecrawler gegen die Banditen, wäre also völlig insane. So, irgendwo hier war da noch ein Kreuz. Mitten im Wald. Aber wo war das? Du musst mal Totenbeschwörer spielen und dann nicht mal ins Piratenlager gehen, sondern einfach wie der wandelnde Tod ins Piratenlager gehen. Warum sollte ich denn was gegen die Piraten haben? Ich hätte damals Angst, du würdest deswegen der Sprachausgabe das Projekt gar nicht erst in Erwägung ziehen. Die Sache ist, im Stream finde ich das voll okay. Das sind halt ältere Mods im Stream. Chillen wir hier locker, man spielt das. Ihr hängt mit mir hier im Stream ab. Das finde ich halt ganz cool eigentlich. Da habe ich auch kein Problem, wenn die Sprachausgabe ein bisschen altbacken ist. Und bei TTS-Sprachausgaben, gerade mit der ersten TTS-Version, da gibt es ja auch ganz viele lustige Momente, wo bei Xeris Rückkehr immer mit diesem Wasse? Oder weiß nicht, bei der Bruderschaft oder so. Oder manchmal einfach irgendwelche Wörter einfach schreien. Ah, ich glaube, ich habe etwas. Ich glaube, ich habe etwas. Und Trank der Stärke. Ja, ich weiß jetzt, also ich glaube, die Schildkröten-Quest können wir nicht machen. Ich weiß nicht, wie relevant die ist. Ich glaube, der Modder von die Bruderschaft, der hat sich ja leider auch zurückgezogen, so wie ich das verstanden habe, obwohl der eigentlich geplant hat, halt zwei zu machen. Der hätte auch schon angefangen. Aber vielleicht arbeitete er ja doch noch im Hintergrund an den Sachen. Wäre halt wirklich geil, weil die Bruderschaft ist storytechnisch und von den Charakteren her eine meiner absoluten Lieblingsmods. da sind mir die Leute auch echt ans Herz gewachsen, irgendwie diese NPCs. und willkommen zurück, Sauron. Gehen wir einfach schlafen, gucken, ob uns dann jemand ermorden will. das wurde uns ja quasi angeteasert. Jetzt habe ich die Tür wieder aufgelassen. Hey, warte mal, Jones. Was willst du von mir, Turner? Her mit der Kohle, aber schnell. Welche Kohle? Jetzt tu nicht so. Ich weiß alles. Was heißt du? Ich habe gesehen, wie Mendoza dem alten Cherome 500 Goldstücke gegeben hat und gehört, dass das Gold für dich ist. sieh mal an und weiter? Nichts weiter, Jones. Du rückst jetzt sofort die 500 Goldstücke heraus, sonst mach ich dich kalt. Das musst du dir schon holen. Na schön, Jones. Wie du willst. Noxal, hast du den guten Turner etwa eingesprochen? Wusstest, dass du nicht Jerome sagst, sondern Jerome? ist das witzig. Das ist doch bestimmt für dich am allerwitzigsten, das jetzt mal zu hören. Nicht schlecht. Nach so vielen Jahren. So, stehst du auch noch auf heute, Turner, oder was? Ah, mein Schädel. Was soll der Aufzug? Zieh dir was an, was zu dir passt. Was soll der Aufzug? Zieh dir was an, was zu dir passt. Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Mach hier bloß keinen Mist zu Penner, klar? Scheiße, das tat weh. Was zur Hölle? Am geilsten finde ich, wenn Südseepiraten auf einmal mit hoher Stimme Sächse sprechen. Was heißt hier der gegen Südseepiraten? Oh shit, was geht denn da ab? Alligatoren. Shit, ich hab das Gefühl, dass... Oh, der fällt doch hier gleich runter, oder? Oder auch nicht. Hey du, zeig mir deine Ware. Gut, aber verschon mich gefälligst mit deinem Gequatsche. Oh, ich will die alle haben. Und, äh, will ich noch irgendwas haben? Weiltrinke noch? Was kannst du noch haben? Was auch? Äh, keine Ahnung. Verhalte ich erst mal. Warum können Piraten keine Karten spielen? Irgendwas mit Deck. Irgendwas mit Deck ist dieser Witz doch. Weil sie auf dem Deck sitzen. Ah, 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 ah. Bester Witz. So, sollen wir einfach mal versuchen zu saufen? Ich bin bereit, Humphrey. Gute Nacht, Ritri. Du traust dich also wirklich Jones? Na, dann los. Respekt. Du hast einen ganz schönen Zug drauf. Wie du siehst. Trinken wir weiter. Und? Kannst du noch? Klar, weiter. Er hat das Higgs nicht gemacht. Tja, das war aber nichts. Immerhin hast du es versucht. Die Frage ist, hmm, okay, kann Ned ja immer noch fragen. So bin ich Decks. Ich wusste nicht, dass ich geschickt brauche. Ich dachte, ich brauche Stärke. Und dann dachte ich, wir sind doch mit 83 Stärke hier so gut aufgestellt, den trinken wir locker unter den Tisch. Aber, das müssen wir da noch mal wiederholen. Hey, du. Na, alles klar? K.O. in 10 Sekunden, Amateur. Horsebane, du trinkst jetzt vier Flaschen Rum auf Higgs und dann guckst du mal, ob du K.O. gehst. Wie wär das? Drei. 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 So, auf dem Schiff waren noch ganz viele Drohnen, ne? Aber wir können ja auch trotzdem mal erstmal mit Ned sprechen. Jawohl. Hey, wir gehen erstmal zum Schiff. Jo, Konium, gute Nacht. Gute Nacht an all die Schlafen gehen. Wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt, lasst mal ein Like da. Bin das. Alter, wir cheaten jetzt. Wir cheaten jetzt richtig. Erstmal was cheaten. So, dann können wir ja mal gucken, ob wir hier noch was blauen können. Warum erfahre ich das jetzt erst? So, komme ich hier eigentlich rein? Ich glaube ja nicht, dass... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wahrscheinlich brauche ich dafür ganz viele Taschen... Äh, geschickt viele Taschenliebstahl. Oh, ich hätte gucken können. Hat das vielleicht gerade jemand aus Zufall gesehen? Ob man... Das wird sich nie ändern. Musche... Ne, nicht Muschelfleisch. Ähm... Genau, das habe ich auch gesagt. Schildkrötenfleisch kaufen kann? Mir brauchst du das nicht zu sagen. Da muss ich immer aufpassen, was 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 ist. Oben und Armbrust. Ein Lehrbuch über das Schießen mit Bögen und Armbrusten. Alle im Stream... Äh, alle schon den Stream geliked? Achso. Ach Gott. Alle schon... Alle Schildkröten schon gekillt, dachte ich, steht da gerade. Werde ein Meisterschütze. Um ein guter Schütze zu werden, braucht man Ruhe, Kraft, Ausdauer und ein gutes Auge. Ein guter Schütze weiß auch, dass der Wind eine nicht unerhebliche Rolle dabei spielt, ob man ein Ziel trifft oder nicht. Der Schütze sollte aber vor allem sich zunächst an unbeweglichen Zielen erproben, bevor er sich an den schwierigeren, den beweglichen Zielen zuwendet. Das ist kein Geheimnis. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Hier brauchst du das nicht, Susanne. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Nein, verklickt. Das gibt doch nur noch mehr, Herr. Das kann doch nicht wahr sein. Eine verschwundene silberne Schale, gefunden in ein Auges Seemannstruhe. Der muss einfach mehr trainieren. Und was hat das gerade für einen Tagebucheintrag gegeben? Er stellt sich das immer so einfach vor. Sieht aus, als würde man einen jungen Greg spielen. Der Typ sieht doch gar nicht aus wie Greg. Keine Ahnung. Sag du es mir. Oder? Das hätte er doch besser wissen müssen. Das sieht doch ganz anders aus. Hey, du. Hier, das Schildkrötenfleisch. Sehr gut. Hier hast du etwas zu essen. Ist das alles? Ja, und jetzt verzieh dich. Ich habe zu tun. Wo zur Hölle habe ich das her? Ich kann nicht ewig so weitergehen. Dreckiger Dieb. Na, warte. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Verschwinde. Sonst verfüttere ich dich an die Alligatoren. Oh, zur Hölle habe ich das her. Hier ist eigentlich dieser Ise-Dietrich-Mod. Die heißt Thief-Mod. Und die ist bei den Union-Patches in der Beschreibung dabei. Wenn du da auf den Link gehst. Ich bin gespannt, wann dich der Kapitän als Sklave an die Orks oder Assassinen verkaufen wird. Das ist kein Geheimnis. Ich auch. Das ist doch nichts Neues. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Du scheinst mir zu misstrauen. Da hast du vollkommen recht, Jones. Ich traue dir nicht. Und warum nicht? Weil du nicht zur Crew gehörst. Und jetzt störe mich nicht länger. Du hast, wie ich dir bereits sagte, auf dem Schiff nichts zu suchen. Wenn ich dich beim Klauen erwische, hier bist du dran. Warte mal. Das habe ich früher auch immer gesagt. Warte mal. Warum erfahre ich das jetzt, der? Mir brauchst du das nicht zu sagen. Genau das habe ich auch gesagt. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Hier wäre das ganze Essen gewesen. Für die Essensquests. Kann mir einer von den anderen hier bei Harry um Harry helfen? Warum erfahre ich das jetzt erst? Bin gespannt, wann sich der Captain als Sklave an die Orks oder Assassinen verkaufen wird. Tja. Dann müssen wir wohl erst mal wieder zurück. Hast du dir eigentlich diesmal angeschaut, wie lange die Spieldauer der Mod sein wird? Ja. Acht bis zehn Stunden steht da. Lehrbuch über das Anschleichen. Schön, dass er mich gesehen hat, aber mich nicht gesehen hat. Lautloses Anschleichen. Um ein guter Jäger zu werden, sollte man neben Ruhe, Geschick und Ausdauer auch in der Lage sein, sich lautlos an ein Wild anzuschleichen. Je näher man an das Wild kommt, desto erfolgreicher wird die Jagd. Aber auch die benutzen diese Kunst, wenn sie verbotene Räume betreten wollen und was stillen möchten, Junge. Dann werden wir bitte auf Kappe fahrt gehen. Hey. 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 Ich habe ein Problem mit dem Steuermann. Mit Harry? So, so. Was denn für eins? Er misstraut mir, da ich nicht zur Crew gehöre. Hm. Harry war schon immer ein misstrauischer Bursche gewesen, aber vielleicht gibt es eine Lösung seines Problems. Erzähl. Nun, Harry hat mir erzählt, dass es an Bord nicht mit rechten Dingen zugehen soll. Gegenstände verschwinden, taugen woanders wieder auf. Tja, hört sich fast so an, als ob der Klabautermann an Bord umgeht. Der Klabautermann? Wer ist denn das? Wie? Du kennst den Klabautermann nicht, Junge? Tja, da merkt man, dass du noch eine richtige Landratte bist. Dann mach mal deine Lausche auf, Jones. Der Klabautermann ist ein Geist, ein Kobold, der an Bord eines Schiffes für allerlei Schabernack sorgt. Hm. Und an so etwas glaubst du? Na klar, warum nicht? Bin doch ein richtiger Seebär. Und was hat der Klabautermann an Bord genau verschwinden lassen? Keine Ahnung. Da musst du schon Harry selbst tragen. Okay. Hey du. Kannst du mir etwas verkaufen? Nun, viel habe ich nicht. Sieh dir an, was ich habe. Ja, die sind ein bisschen teuer. Äh, Dietrich, haben wir. Davon lasse ich lieber die Finger. Ja, hier an Sams Droh müssen wir noch dran. Dann müsste man in seine Schatzkammer kommen. Glaubst du wirklich? Glaubst du wirklich? Da muss ich wohl schlafen gehen und es in der Nacht versuchen. Aber wir können ja auch nochmal mit ihm hier quatschen. Hey du. Es war doch seine Entscheidung. Nett. Ich brauche deinem Rat. Na, dann schieß los, Jones. Wie kann ich dir helfen? Ich habe Humphrey zum Wettsaufen aufgefordert. So? Anscheinend hast du das Bedürfnis, dich mal so richtig mies zu fühlen, was? Wie meinst du das? Weißt du das wirklich nicht? Humphrey ist der größte Säufer auf dieser von Enos verlassenen Insel. Und den willst du unter den Tisch trinken? Viel Spaß. Deswegen komme ich ja zu dir, Nett. Du hast doch mal erzählt, wie du auf der Insel Drakona einige Saufgelager abgehalten hast. Das ist richtig. Dabei hast du doch eine Menge Leute unter den Tisch getrunken. Auch das ist richtig. Ich habe aber auch mehrere Wettkämpfe verloren. Trotzdem. Du kannst mir doch sicher ein paar Tipps geben, wie ich den Wettkampf bestehen könnte, oder? Ja, das kann ich, Jones. Steigere einfach dein Geschick, dann hast du eine Chance, den Wettkampf zu bestehen. Wie bitte? Ich soll mein Geschick steigern? Ist das alles? Na, in gewisser Hinsicht schon. Abgesehen von einem Magen, der einiges vertragen sollte, versteht sich. Denn auch beim Trinken sollte man geschickt vorgehen. Zum Beispiel sollte man bloß nicht zu hastig trinken, sondern ruhig ein Glas nach dem anderen lernen. Je mehr du das übst, desto überlegener bist du mit einem Trinker, der das Zeug nur unachtsam in sich hineinschüttet. Wie geschickt sollte ich sein? Das kann ich dir nicht sagen, da ich Humphrey schwer einschätzen kann. Du solltest es aber nicht zu leicht nehmen. Ja, cool. Wie viel Geschick braucht man? Ach so. Na, was machen deine Knochen? Lass mich bloß in Ruhe. Warte mal. Heute ist Zahltag, Snipe. Zahltag? Wieso? Willst du jetzt etwa freiwillig an mich weiterzahlen, oder was? Irrtum, Snipe. Jetzt bist du es, der zu zahlen hat. Und zwar an mich. Was? Ich? Hast du was an deinen Lauschern? Du zahlst mir jetzt genauso viel Schutzgeld wie ich zuvor an dich. Und da ich nicht Lust habe, jeden Tag bei dir vorbeizukommen, zahlst du mir jetzt 200 Goldstücke. Dann hast du die nächsten drei Wochen vor mir Ruhe. Ansonsten, Snipe. Ja? Gibt's was aufs Maul. Okay, okay. Ist ja schon gut, Jones. Hier hast du das Gold. Lass mich bloß in Ruhe. Wahnsinn. Wir sind ja ein richtiger Wasserboi jetzt, mittlerweile. Wer hat da gedacht, dass wir mal so krass werden? So, dann geh ich jetzt mal hoch und dann gucken wir mal, ob ich ob ich da den einen Typen bestehlen kann. Kann aber auch sein, dass die jetzt noch gar nicht schlafen um die Uhrzeit. Gehen Piraten früh schlafen? So, dann gehen wir mal. Der grüne Novize. Die Stängel hier lassen sich einfach drehen, aber pass auf den südlichen Inseln. Achso, pass auf, nee. Aber auf den südlichen Inseln gibt es bessere Pflanzen. Ich bin schon proviert. Wenn man die Essenz aus zwei Sumpfkraupflanzen verwendet und dazu einen Feldknüterich, dann bekommt man einen Stängel mit der Wirkung des grünen Novizen. Der grüne Novize hilft gegen Schmerzen jeder Art und macht einen klaren Kopf. Verdammt, was ist los? Finger weg da! Ups. Man darf nicht mal heimlich hier Sumpfkraut drehen. Auch das ist nicht erlaubt. So, dann können wir dem einen Typen in sein Zeugs geben. Der gute Bird, mitten in der Nacht. Hier hast du dein Kraut. Drei Stängel. Hm, ist das auch richtig hartes Zeug? Keine Sorge, das zieht dir die Schuhe aus. Wow, Mann. Das zieht rein. Sowas habe ich ja noch nie gequalmt. Ist doch alles in Ordnung mit dir. Na klar. Wieso fragst du? Nur so. Achso. Hier hast du deine kleine Belohnung. 150 Goldstücke für die drei Stängel. Ist doch okay, oder? Nun, eigentlich. Schön, dass wir uns einig sind. Ja, schön, dass wir uns einig sind. Was ist los? Und, alles klar? Ja, alles easy, Mann. Alles easy. Mann, ich habe keine Lust auf diesen dämlichen Wachdienst. Wenn ich doch zumindest etwas zum Saufen hätte. Am besten einen Grop oder einen Ruhm. Ja, ich habe hier was. Könnte dir was geben. Der Gold versteht sich. Sehr gut. Meine Kehle ist schon verdammt trocken. Ähm, äh, wie wäre es mit doppelter Hammer? Oh, er ist fast tot. Perfekt. Hm. Schön, schön. Ja, dann könnten wir jetzt, äh, theoretisch probieren, nochmal gegen den anderen anzutreten, wenn wir jetzt noch ein bisschen Geschick lernen. Ich weiß natürlich nicht, ob das reicht. Ähm, ja, wir haben auch gar keinen Rum mehr, ne? Ein schön umgeschickter Kerl, ja. Shado, ich sag's dir. Weiß jemand, ob es hier eine gute Tutorial-Seite gibt, auf der man lernen kann, Gothic-Mods zu machen? Also auf WoG gibt's dafür auf jeden Fall auch Anleitungen. Weiß nicht, ob es sowas wie Videoanleitungen gibt, Forcebane, aber es gibt da schon Infos, wo man alles nachlesen kann. Wie man mit dem Spacer arbeitet und so. Hallo, Miguel. Äh, ein Net pennt jetzt wahrscheinlich, ne? Oh, ich glaube, es war echt ein Fehler. Permanent Geschicklichkeitssachen vorher reinzuwerfen. Hey. Scheiße. Oh nein. Net ist kaputt. Kann ich ihn nochmal ansprechen? Oh, ich kann ihn ansprechen. Vielleicht rettet das mich. Nice. Es hat mich gerettet. Ich will meine Geschicklichkeit verbessern. In Ordnung, Jones. Jones. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Okay, Forcebane. Ich meine World of Gothic. W.O.G. So, da haben wir zumindest 30. Können wir auch das den tragen hier. Und dann müssen wir nochmal zum Schiff. Okay. Wieso sind hier Alligatoren auf dem Schiff? Oh. 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 Die Ratte hätte mich fast fällig gemacht. Den kann ich auch bestellen. Ich speichere mal lieber. Oh. Oh. Oh, Harry. Hey, du. Es gibt ein Problem. Ein Problem? Was meinst du? Ihr habt den Club-Outer-Mann an Bord. Hey, verdammt. Nicht so laut, Jones. Das bringt Unglück. Du scheinst Angst vor ihm zu haben. Ich nicht. Pah. Weil du gar keine Ahnung hast, wie gefährlich so ein Club-Outer-Mann werden kann. Du verdammte Landratte. Ich warne dich. Es gab schon so manche Oberschlaue, die einem Club-Outer-Mann nicht den nötigen Respekt erwiesen haben. Und sie alle haben es bitter bereuen müssen. So, was ist denn mit denen passiert? Das willst du gar nicht wissen. Einige wurden wahnsinnig, andere starben einen fürchterlichen Tod. Und wieder andere hatten ihr ganzes weiteres Leben nur noch Pech. Interessant. Und woher weißt du das? Pah. So was kann dir jeder Seemann erzählen. Hm. Hast du vielleicht selber schon einmal erlebt, wie jemand durch einen Club-Outer-Mann zugrunde gerichtet wurde? Jawohl. Einmal habe ich das sogar selbst erlebt. Da war mal ein junger Matrose, der in einer Taverne auf Drakona einmal damit geprahlt hatte, dass er an den Club-Outer-Mann und anderen Unsinn nicht glauben würde. Und ein paar Tage später hat man ihn in einer Seitenstraße tot aufgefunden. Ermordet. So. Und du glaubst wirklich, dass ein Club-Outer-Mann daran schuld gewesen sein soll? Klar. Wer sonst? Vielleicht war das Ganze nur ein Zufall und er fiel einfach nur einigen Räubern in die Hände. Pah. Glaub doch, was du willst. Ich hingegen bin mir sicher, dass der Club-Outer-Mann seine Hände im Spiel hatte. Ja, ich bin mir auch sicher. Ah, okay. Sagen die anderen dazu vielleicht auch noch was? Sag mal, ich speichere mal hier wieder. Irgendwas auf dem Schiff klingt so, als würde man auf eine Schnecke treten. Das sind die wuseligen Ratten. Die sind es. Ich meine, irgendwas stimmt ja hier auch nicht, wenn hier einfach Alligatoren auf dem Schiff sind. Aber so. Wo dieses Geräusch... Das kommt auf jeden Fall von den Ratten. Tja. Doch, doch, Sascha. Das ist von den gleichen Machern. Das ist auch vom Odyssey-Mod-Team. Das ist quasi wie eine Vorgeschichte und es gibt Anspielungen zu dieser Mod in Odyssey. Was haben wir hier noch? Wechs... Äh, nee. Quecksilber. Quellwasser. Quellwasserfass. Und hallo, Asonic. Kann ich denn hier jetzt irgendwas noch finden oder muss ich nochmal mit dem anderen Tybi sprechen? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das hier auch. Oh, was war das für eine merkwürdige Ansicht. Kann ja auch nochmal versuchen, jetzt den anderen da unter den Tisch zu trinken. Ist ja auch noch eine Quest. Vielleicht muss ich nochmal mit Dings reden. Hätten die das Schiff nicht näher hier an die Küste fahren können? Ich meine, hier ist es ja auch schon genauso, also fast genauso tief wie da hinten. What is Turner? Warum stehst du hier eigentlich die ganze Nacht? Der ist mir irgendwie verdächtig. Wo pennt eigentlich er hier? Der am Tag hier rumsitzt. Na ja, ich gehe mal pennen, damit die Leute wieder da sind. Sonst weiß ich jetzt nicht, wo ich den finde. gibt es hier wieder den Astronauten? Na, Matthias, also er kommt dem Astronaut am nächsten. Hey du! Er hier. Na, was machen deine Knochen? Lass mich bloß in Ruhe. Warum steht in der Beschreibung, dass das die Vulkane-Mod ist? Habe ich vergessen zu ändern. Ich habe es von der Mod einfach kopiert. Muss ich dann noch ändern, Georg. Weil die haben wir neulich gespielt und ich habe das, ich kopiere einfach immer dann vom letzten Stream das und übernehme das dann und dann habe ich wohl vergessen, in der Beschreibung das zu ändern. Im Titel steht es ja richtig. Ich gehe ihn jetzt ab. Oh, die Alligatoren, die... Junge, der... Der Captain. Heil mich viel weniger. Alter, habt ihr den Captain gesehen? Der ist aber ins Wasser gejumped. Da ist er. Junge, die sind völlig übermotiviert. Das sind so Alligatoren, die das Lager angreifen, am Morgen ausrichten können. Er erzeugt einen Strudel, um die Alligatoren zu fangen. Wie ist mein Ruf bei den Kossern? Dein Ruf? Nun, mal überlegen. Der Steuermann hält nicht viel von dir. Aber das wundert mich bei Harry jetzt wirklich nicht. Humphrey hält ich für ein Weichei. Zudem meinte er, dass man dich am besten über die Planke schicken sollte. Aber letzteres sagte er zu mir, als er wieder einmal sturzbesoffen war. Also nimm das nicht so ernst. Bert hält dich für einen fähigen Burschen. Na, sein Vertrauen hättest du schon einmal. Bert hat mir erzählt, dass du ihm bei der Jagd geholfen hast, als es ihm so schlecht ging. Daher ist er dafür, dass du in die Crew aufgenommen bist. Du hast es für mich die Strandwache übernommen. Klar doch. Ich bin vollkommen zufrieden mit dir. Du hast dich erfolgreich gegen Snipe behauptet. Viele Kossaren haben jetzt richtig Respekt vor dir. Du hast dich um das Alligatorenproblem an unserer Küste gekümmert. Jetzt hat sogar der Alte vor dir Respekt. Seltsam. Highfish Joe meint jetzt, dass du okay bist und in unsere Crew gehörst. Hm. Irgendwas musst du für ihn erledigt haben, sonst hätte er nie seine Meinung so krass geändert. Naja, soll mir egal sein. Du hast es geschafft. Die meisten vertrauen dir. Du hast den Männern bewiesen, dass du was drauf hast. Die Crew respektiert dich. Auch der Käpt'n ist beeindruckt. Du kannst dich gleich bei ihm melden. Ja, nice. Und was jetzt? Na was schon. Rede mit Mendoza. Wir sollten jetzt die günstige Situation nutzen und uns so bald wie möglich diese Schatzkarte verschaffen. Außerdem benötigen wir noch den Sextanten des Alten, damit wir von hier wegkommen können. Cool. Springt der noch da unten im Wasser rum? Ja, ich glaub der... Man kann ihn grad nicht so gut ansprechen, oder? Den Dorf, ha? Ja gut. Ich glaube, ich muss mal eben weg, damit er respawnt. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Der Turner ist auch wieder hier oben. Hallo, Jones. Du hast in letzter Zeit bewiesen, was in dir steckt. Alle Achtung. Hi, Käpt'n. Wollte unbedingt zur Crew gehören. Das ist dir gelungen. Wie? Das heißt? Das heißt, dass du jetzt zur Crew gehörst. Hier hast du erstmal eine leichte Piratenrüstung von mir, damit jeder sehen kann, dass du jetzt dabei bist. Und hier hast du noch ein gutes Enter-Messer von mir. Bei der nächsten Kaperfahrt kannst du dann beweisen, ob du wirklich das Zeug zu einem guten Korsaren hast. Allerdings wird es noch eine Zeit lang dauern, bis es endlich losgehen kann. Kapitel 2 Die Flucht Warum können wir denn nicht sofort auf Kaperfahrt gehen, Käpt'n? Weil mein Sextant beschädigt wurde und wir ohne diesen nicht in See stechen können. Irgendein Idiot war in meiner Abwesenheit in meiner Hütte. Hat wohl nach Rum oder was gesucht. Dabei ist dann wohl der Sextant zu Bruch gegangen. Wie? Es war jemand von der Crew in eurer Hütte und hat den Sextanten beschädigt? Ja. Leider hat keiner den Kerl gesehen. Ich hätte ihn sonst an die Haifische verfüttert. Da kannst du sicher sein. Leider wird sich das Ding nicht mehr so leicht reparieren lassen. Sodass wir hier erst mal so lange festsitzen, bis die Reparatur gelungen ist. Obwohl... Obwohl was, Käpt'n? Obwohl es vielleicht möglich wäre, sich einen anderen Sextanten zu besorgen. Allerdings nur, wenn die Legende vom Grab des Alten Pit wahr sein sollte. Das Grab des Alten Pit? Soll das etwa hier auf unserer Insel sein? Anscheinend. Zumindest steht dies in einem alten Buch geschrieben, das ich in meiner Kajüte habe. Aber vielleicht ist das Ganze auch nur alles Seemannsgarn. Und wir vertrödeln hier nur unsere Zeit damit. Kann ich mir mal das Buch ansehen, Käpt'n? Warum das? Nun, vielleicht ist hier in der Sache doch was dran. Und ich finde heraus, wo sich das Grab des Alten Pit befindet. Hm. Na, von mir aus? Hier hast du den Schlüssel zu meiner Kajüte. Lass aber bloß die Finger von den anderen Sachen, die sich in meiner Kajüte befinden. Sonst wirst du mich kennenlernen, Bursche. Klar? Klar sicher. Hey Sam, wie sieht's aus? Bevor du kamst, ging es mir noch gut. Und wenn das weiter so bleiben soll, dann verziehst du dich jetzt besser. Klar. Der Opa mag mich nicht. Hey du. Du gehörst jetzt zu uns. Nee, echt? Was sagen meine Kumpels jetzt dazu? Wir sind auch bald wieder Level ab. Dann können wir nochmal unsere Geschicklichkeit steigern. Hey. Die sagen gar nichts dazu, dass ich jetzt hier dabei bin. Hey du. Wird auch nichts Neues. Das ist doch gut, wenn du bald Level ab bist, dann... Da bist du ja, Jones. Sag mal, was spielst du eigentlich für ein Spiel mit uns? Hä? Wie meinst du das, Huck? Nun, du hast dich ja bei den Korsaren mächtig eingeschleimt. Du hast wohl gar nicht mehr die Absicht, von hier abzuhauen, was? So ein Quatsch. Das gehört zu Jerome's Plan. Also halt dich mal ein bisschen bedeckt. Klar? Ach so. Na dann will ich nichts mehr gesagt haben. Wenn du Level ab bist, dann kannst du ja auch deine Lärmpunkte verteilen. Erstmal alles auf Stärke. Oder auf Geschick. Dann kannst du mehr saufen, wie wir hier in dieser Mod gelernt haben. Okay. Ja, dann heißt es jetzt, glaube ich, wieder, ich muss zum Schiff. Da du nun zur Crew gehörst, kann ich dir jetzt auch einige Waffen und ganz besondere Gegenstände verkaufen. Hey, du. Das ist nice. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Zeig mir deine Ware. Gut. Ich glaube, das brauche ich. Das ist nichts wert. Das ist nichts wert. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist irgendein Quest-Ding. Tja. Das kriegt nicht mal viel. Das ist schon teuer. Vielleicht warte ich damit noch ein bisschen. Aber dann hätte ich auf jeden Fall wahrscheinlich genug geschickt, um mit dem einen zu saufen. Und hallo Ersin. Hallo auch an alle anderen. Mehr Geschick verschüttet man nicht so schnell alles. Genau darum geht's, Matthias. Wette beenden, aufgeben. Na, okay. Da haben wir noch nicht geschickt. Äh, noch nicht genug geschickt. Auch nicht, um ihn zu bestehlen. Hey, du. Auch nicht, um ihn zu bestehlen. Was ist mit ihm hier? Hey. Aha. Bald werden wir wieder auf Katerfahrt gehen. Joy, ich habe keine Ahnung, ob das die Regel ist. Aber mich würde hier auch gar nichts mehr wundern. So, wir raussparken mal wieder ein bisschen. Wir müssen in die Kaijude. Aber dieses Meisterdieb-Amulett, das könnte schon nützlich sein. So, hat der eigentlich was Neues? Du gehörst jetzt zu uns. Das habe ich auch gehört. Hallo, Jones. Willkommen in der Crew. Hey, du. Hallo, Jones. Willkommen in der Crew. Danke. Kann ich mit dem Schlüssel eigentlich auch in die Waffenkammer? Er stellt sich das immer so einfach vor. Ich hätte das nicht gedacht. Hm, er hat gesagt, wir kriegen Schläge, wenn wir hier irgendwas klauen, ne? Deswegen nehme ich mal nichts mit, aber ich kann zumindest die Truhe knappen. Untote vernichten, gesammelte Erfahrung, Enteraxt, rund 500 Gold. Liegt er das wohl mit? Ach komm, wir riskieren es jetzt einfach. Was soll schon passieren? Raubeinsgold. Das Gold des alten Geizhalses soll angeblich auf einer der Insel im östlichen Archipel liegen. Die Position auf der Karte verunsichert mich allerdings. Dort dürfte es eigentlich kein Land geben. Aber wahrscheinlich wird diese Insel noch unbekannt sein. Sicherheitshalber werde ich die Karte in meiner Truhe in der Schatzkammer verstecken, damit nicht noch einer krumme Finger macht. Sorry, ich musste mich kurz muten, weil ich husten musste. In der Aufzeichnung des alten ist noch davon die Rede, dass es auf der Insel jede Menge Untote geben soll. Aber das ist doch ganz kleine Finte. Ich gehe jede Wette ein, dass Raubein nur davon berichtet hat, um Schatzsucher wie uns davon abzuhalten, seine Insel aufzusuchen. Schiffe. Schiff Winsbraut, mein Kommando liegt vor Anker. Schiff Seemöwe, Kommando Brad liegt vor Anker. Schiff Falke, Kommando Rotbart unterwegs nach Varand. Das ist auch eine Anspielung an Olysee, Rotbart ist nämlich in Varand. Schiff Habicht, Kommando Pike ebenfalls unterwegs nach Varand. Schiff Delfin, Kommando Antonio, Kapat vor Mutana. Schiff Haifisch, Kommando Björn, Kapat vor Tamora. Ich glaube, den haben wir auch getroffen, den Käpt'n Björn in Olysee. Schiff Totenschädel, Kommando Jackson, Kapat vor Tasos. Tasos? Schiff Taifun, Kommando Ringo, Kapat vor Korines. Schiff Sturmwind, Kommando Cass wurde versenkt. Ist das nicht lange Finger? Ja. Besuch's mal mit Hagabutentee. Frank, ich hab jetzt gerade hier keinen Hagabutentee. Ich weiß, du meinst das nett, aber ich kann den jetzt nicht gerade herzaubern. So, ich wette, so, ich geh mal gerade zurück, weil ich denke, Mendoza schnauzt uns jetzt sowieso an, weil wir alles mitgehen lassen haben. So, wahrscheinlich muss ich gleich sowieso neu laden. Davon lasse ich lieber die Finger. Das war doch klar. Das hätte ich dir vorher sagen können. Okay, er sagt nichts. Davon lasse ich lieber die Finger. Hast du auch die Tür offen gelassen, könnte ja jeder gewesen sein. Boah, das stimmt. Das ist wohl wahr. So. Korsarengräber, Band 3, die Südsee. Um ihre Schätze zu behüten, ließen sich in der Südsee viele Korsaren-Kapitäne auf ganz besondere Weise bestatten. So zum Beispiel Käpt'n Pitt, den man auch den alten Pitt nannte. Irgendwo auf Pits Insel soll ein Gang in eine unterirdische Grotte führen, wo der alte Pirat sein Grab haben soll. Obwohl Pitt am Ende seines Lebens nicht mehr viel von seinem Gold besessen haben soll, wirkt sein Grab doch eine Kostbarkeit einen goldenen Sextanten. So wird es zumindest berichtet. Aber Vorsicht, denn da geht das nicht weiter. Ich habe mit Mendoza geredet. Und? Was ist mit der Karte und dem Sextanten? Zu der Karte kann ich noch nichts sagen. Und der Sextant? Tja, da gibt es jetzt ein kleines Problem. So? Was denn für eins? Der Sextant wurde beschädigt. Und wird für längere Zeit unbrauchbar sein. Tja, das heißt, wenn ich ihn für Mendoza überhaupt noch reparieren kann. Verdammt. Dann können wir vergessen, von hier wegzukommen. Nun, es gäbe vielleicht noch eine Möglichkeit. Ja? Was denn? Na komm schon, Jones, lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Angeblich soll es noch einen Sextanten im Grab des alten Pit geben. Beim Klabauter, Mann. Im Grab des alten Pits? Lass da bloß die Hände von. Du kennst das Grab? Einiges. Allerdings nur so viel, was die Seeleute darüber sagen. Hä? Und was erzählen sie? Dass das Grab verflucht sein soll. Der alte Pit wurde von seiner Mannschaft an einem geheimnisvollen Ort bestattet. Es soll sich dabei um eine Grotte handeln, die sich irgendwo unter dem Meer befinden soll. Anscheinend hier in der Nähe. Seine Mannschaft hatte nach dem Ableben des alten Seebären gehofft, an seine Schätze ranzukommen. Sie glaubten, dass diese in der Grotte versteckt waren. Aber der alte Gauner hatte nichts mehr. Er hatte all seinen Reichtum verspielt, versoffen und... Na, den Rest kann ich mir denken. Und weiter? Nachdem Pits Mannschaft ihren Anführer bestattet hatten, suchen diese in der Grotte verzweifelt nach dem Schatz, fanden diesen aber nicht. Einer der Korsaren, es war der Steuermann des alten Pit, soll aus Wut darüber, dass er den Schatz nicht finden konnte, schließlich einen fürchterlichen Fluch ausgesprochen haben. Was war das für ein Fluch? Er schwor, dass er und seine Schiffskameraden für ewige Zeiten den Schatz behüten wollen, wenn sie ihn nicht finden sollten, damit ihn kein anderer diesen mehr wegnehmen könnte. Und wie ging es weiter? Nun, schließlich verdächtigten sich Pits Leute gegenseitig den Schatz beiseite geschafft zu haben. Am Ende haben sie sich alle in der Grotte gegenseitig umgebracht. Die alten Seeleute glauben aber, dass die Mannschaft des alten Pit auch nach ihrem Tod die Grotte bewachen wird. Wenn das stimmen sollte, dann kann ich dir nur raten, die Finger von dem Grab zu lassen. Du kommst sonst da lebend nicht mehr raus. So ein Mist. Aber woher sollen wir sonst einen Sextanten herbekommen? Du hast recht. Pits Sextant wäre unsere letzte Chance. Aber das ist ganz schön gefährlich. Trotzdem, Jerome. Ich werde es riskieren. Ich will endlich diese verdammte Insel verlassen. Aber warum denn? Du hast es doch gar nicht mehr nötig. Du bist es in der Crew und wirst von jedem unserer Mannschaft akzeptiert. Stimmt. Aber nicht meine Kumpels hoch und nett. Außerdem glaube ich, dass Mendossa mich nur ausnutzen will. Da hast du vollkommen recht. Mendossa denkt nur an sich und ihm ist dabei vollkommen egal, wer für ihn vor die Hunde geht. Das ist auch ein Grund, warum ich diese Insel verlassen will. Ich habe keine Lust mehr für Mendossa meine Knochen zu riskieren. Während wir nur einen Teil von der Beute erhalten, behält er das meiste für sich. Während unsere Taschen leer sind, ist seine Schatzkammer gefüllt mit Gold und anderen wertvollen Dingen. Na, dafür könnten wir ja noch was mitgehen lassen. Das wäre nicht schlecht. Jetzt aber besorge erstmal den Sextanten und gebe diesen anschließend Mendossa. Mendossa? Wieso denn das? Wir brauchen doch das Ding, um hier wegzukommen. Das ist richtig. Aber ich vermute, dass du das Ding wahrscheinlich in seine Schatzkammer bringen sollst und dann kannst du den Sextanten ja behalten. Das wäre nämlich endlich die Gelegenheit, an seine Karte ranzukommen. Aber bevor du in die Schatzkammer gehst, sollten wir noch einmal miteinander sprechen. Und was ist, wenn Mendossa das Ding da selbst hinbringen will? Unsinn. Ich kenne den Alten. Dazu ist er viel zu bequem. Der ist gewohnt, dass man seine Befehle ausführt und wird daher gar nicht erst auf den Gedanken kommen, das selber zu machen. Aber jetzt geh. Wir haben schon lange genug miteinander gequatscht. Nachher fällt das einem noch auf und meldet das Mendossa. Nicht, dass der Alte noch kurz vor unserem Ziel misstrauisch wird und wir unsere Flucht vergessen können. Wie ist der Eindruck bisher? Ist das Korsaren nicht so gut wie odd? Ich sehe sie. Also der Eindruck ist bisher gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich bin bisher positiv gestimmt. Ich glaube, der größte Knackpunkt ist die Sprachausgabe. Ja und Pharma, mein Beileid. Einen geliebten Menschen zu verlieren ist immer schwierig. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für die Zeit. Tja, dann müsste man in seine Schatzkämme kommen. Man erzählt sich ja so einige... Lauf der uns wieder hin. Ich habe das Buch gelesen, Käpt'n. Und Jones, wird die Legende jetzt wahr sein oder nicht? Schwer zu sagen, aber immerhin kann ich mir jetzt denken, wo sich das Grab des alten Pit befinden könnte. Gut, dann hole den Sextanten und bringe ihn mir. Und das so schnell wie möglich. Aber. Kein Aber. Merke die Eins, Jones. Meine Befehle werden nicht in Frage gestellt. Und wenn du antwortest, dann heißt das gefälligst Ei-Ei-Captain. Verstanden? Ja, ich meine Ei-Ei-Captain. So wieder eine böse Radde. Ein Mich-Fie-Weniger. Ein Mich-Fie? Ich hätte mir hier gerade ein Mich-Fie-Weniger gern gesagt. Achso, das war er hier. Ei-Ei. Und moin Utopia Basti. Ja, du hast sehr viel verpasst. Du hast den ganzen Stream. So, wir können wieder geschickt pumpen. Hey. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Ich will meine Geschicklichkeit verbessern. In Ordnung, Jones. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Hm, jetzt schon teurer. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Es war doch seine Entscheidung. Ja, komm, dann lernen. Ich habe jetzt kein... Geschick mehr. Scheiß drauf. Kauft mir jetzt lieber das Ding hier. Vielleicht reicht das ja sogar jetzt, um die Leute zu bestehen. Hey, ich will sowas keine Zeit. Nee. Hey. Zeig mir deine Ware. Gut. Aber... Aber, aber, aber... So. Äh, das hier. Kostet zwar nur 2000, aber was soll's. Das habe ich früher auch immer gesagt. Und wir nehmen die Axt für Abwechslung. Das hätte er auch selbst wissen können. Ähm, so. Immer wieder das Gleiche. Jetzt muss es doch gelingen. Hey. Ich habe für so etwas keine Zeit. Aha. Der muss einfach mehr trainieren. Nicht haha. Hey. Hey du. Nice. Achso, haben wir noch genug rum? Dann kann man sich nicht drauf verlassen. Das stimmt wohl. Zeig mir deine Ware. Gut. Jetzt schaffen wir es ja jetzt. Das ist kein Geheimnis. Das hätte er auch selbst wissen können. Ja, Bamberger dazu kann ich dir nichts sagen. Tut mir natürlich leid, dass du da anscheinend deine Version kaputt gemacht hast, aber ich kann dir dazu nichts sagen. Ich würde da mal im Forum fragen, ne? Bei World of Gothic. Was Besseres fällt mir jetzt auch nicht ein. Sag mir nicht, du hast das ja gewusst. Das ist eine schlimme Sache. Hey du. Wir können es jetzt nochmal probieren. Ich bin bereit, Humphrey. Du traust dich also wirklich, Jones? Na dann los. Respekt, du hast einen ganz schönen Zug drauf. Wie du siehst. Trinken wir weiter. Trinken wir weiter. Und? Kannst du noch? Klar, weiter. Ich kann es kaum glauben. Oh, du hast hatte ich gewonnen? Das ist Packt, Mom. Du hast hier Wette gewonnen. Hier hast du dein Gold. Kommt aber gerade gut zum Stream. Schau klar, ne? Du gehörst jetzt zu uns. Na? Alles klar? Ja, solange der rumfließt. Das sag ich auch immer. Nicht. So, war hier nicht dieses... Ne, das war ja sein Dings hier. Wo war denn nochmal die Stelle? Was, hier? Ja, hier war das, ne? Aber wie komme ich da hin? Wahrscheinlich ist das der Weg nach draußen eigentlich, ne? Vor der Kammer war ein Loch. Achso, da meintest du auch vorher schon, Dorne. Ich dachte, das wäre ein anderer Weg. Ist das nicht sogar der Weg einfach hierhin? Ja, äh, das ist ja hier. Also. Was soll denn das? Dann vielleicht durch die Kammer? Ich glaube nicht, dass man da durchkommt, wenn da eine Tür ist. Wird da ja nicht einfach so sein. Da ist ja die Schatzkammer. Schöne Störgeräusche noch. Und hallo Casual. Da kann man irgendwo unten reintauchen oder so. Und dann ist das der Ausgang. Das könnte ich mir noch vorstellen. So, dass man hier irgendwo reintaucht und dann kommt man dann nachher raus. Ja, ich glaube, also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die Tür wird einfach abgeschlossen sein. Und ja, auf der Moldwad-Insel, da könnte es, da muss es noch irgendwo was geben, weil wir waren noch unterirdisch halt Moldwads irgendwo. Das ist ein Taucheingang. Aber auf welcher Insel? Auf dieser oder auf der anderen? Geht's euch allen so? Also ich kann ja nur für mich sprechen, aber mir geht es passabel. Es schwankt immer hin und her von mal besser, mal schlechter. Der Bamberger sagt die Nacktmold-Insel. Hm. 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 Na, ich glaube, hier sind wir jetzt auch einmal rum dann. Ja, ich denke, das muss auch auf der Nacktmold-Insel sein, weil sonst würden da ja nicht unterirdisch irgendwo die Kiecher angezeigt werden. Naja, aber ich würde sagen, ihr gebt mir jetzt noch einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt. Und ich beende jetzt gleich den Stream. Und wir machen dann am Mittwoch hier weiter und spielen diese Mod mit Sicherheit dann durch. Da unten noch die Anzeigen. Wir danken euch fürs Zuschauen, hat mir ja viel Spaß gemacht. Ich trinke jetzt noch einen Tee. Und so. Wir sehen uns dann morgen bei King & Come oder am Mittwoch bei das Corsarenest. Achso, ne? Tschüss. Ich trinke jetzt noch einen Tee.